Yo Leute, was geht's? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamerbrother. Ich sehe komplett wasted aus. Ich habe einen 11-stündigen Karriere-Stream hinter mir, denn wir haben die komplette letzte Saison durchgezogen und damit endet das Schalke 04 Karriere-Projekt. Vielen lieben Dank an jeden, der das Ding supportet hat. Lasst gerne nochmal zum Abschluss hier ein Like da, wenn ihr es auch gefühlt habt. Es war eines der coolsten Projekte, die ich jemals auf diesem Kanal gemacht habe. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die das Ding mit mir durchgezogen haben. Ihr seht jetzt hier die letzte Saison. Es wird ein absolutes XXL-Video. Ich glaube, es wird auch locker die zwei Stunden toppen, bin ich mir nicht ziemlich sicher. Was da alles passiert ist, Höhen, Tiefen. Ich wollte zwischenzeitlich sogar einmal kurz quitten. Ey, guckt es euch einfach an. Lasst ein Like da. Ansonsten heute Abend ist meine Adbroski-Show, geht um 18.30 Uhr los. Schaltet da wie immer sehr, sehr gerne ein. Wir verlosen auch unter anderem 50 Mal EAFC 24 an euch. Das heißt, ihr habt echt eine krasse Chance, was zu gewinnen, weil wir halt nicht eine große Sache verlosen, sondern wirklich 50 Mal was. Da könnt ihr vielleicht echt Glück haben. Und ey, vielleicht seid ihr die glücklichen Gewinner und kriegt einmal EAFC 24 gratis zum Release. Also heute Abend einfach bei der Show einschalten. Ihr müsst auch keine Teilnahmebedingungen erfüllen, sondern einfach zugucken auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt gönnt euch einfach diese legendäre letzte Folge. Ab Dienstag geht's los mit EAFC 24 Streams. Schaltet da ein auf Twitch. Und geistkrankes FIFA 23, ja. Gönnt euch. Viel Spaß. Und wir sehen uns morgen bei der Show und Dienstag beim ersten EAFC 24 Stream. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir sind zurück in der aller, 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 aller letzten Folge der Schalke 04 Karriere in Saison 9 mit Rüdiger Rammel und dem glorreichen FC Gelsenkirchen Schalke 1904. Das heißt, Europa League gewonnen, Bundesliga gewonnen, aktuell läuft eine Weltmeisterschaft. Der aktuelle Kader sieht folgendermaßen aus. So. Richter, Sesko, Almada, McKennie, Thuram, Uedraogo, Aoyan und Yala. Äh, Karl Mayer, nicht zu verwechseln mit Max Mayer. Malik Chau, Henning, The Goat, Matriciani und Simon. Bank seht ihr. Und ja, holy shit, wir haben viele Nationalspieler. I know, Bruder. Und wir haben auch sehr viele Jugendspieler, die wir verkaufen müssen. Digga, das ist krass. Ich mach mal eine Insta-Story, dass wir live sind. Digga, wir haben eine richtige Jugendspieler-Armee hier. Junge, das ist ja geil. Wir sind einfach 30 Stück. Ich bin mal ganz offen und ehrlich zu euch, ne. Ich sag's jetzt mal, ich spreche es jetzt einfach aus, okay. Es gibt ein Transferziel. Wir haben hier mal ein bisschen gescoutet. Und ich hab schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet, okay. Ich geb euch kurz ein bisschen die Calls. Also, was wir machen müssen. Der Kader an sich ist super. Auch in der ersten Elf, in der Spitze. Ich glaub, der schlechteste Spieler in der Startelf hat 84. Das geht vollkommen klar. Ich hätte gerne, weil ich bei Petino nicht genau weiß, wie es weitergeht. Weil der ja sehr lange verletzt war. Ich würde gerne einen von McKennie oder Petino abgeben. Oder Schallenberg. Und hier neben Uedra Ogo und Tyran, die für mich beide gesetzt sind, einen absoluten Banger hinstellen. Einen ZM, der alles wegrasiert. Keke top mach ich nur, wenn's finanziell sinnvoll ist. Wenn wir im Gegenzug auch viel Geld für Seschko bekommen. Ansonsten mach ich das nicht. Und ansonsten wäre mein Mainziel, wäre tatsächlich mehr die Breite als die erste Elf. Das ist so ein bisschen mein Call. Weil in der ersten Elf sind wir super besetzt. Voll mit ner alter Struktur. So, Simon ist 23 oder so. Oder 24 kann noch hochgehen. Karl Mayer ist 21. Tyran kann noch hochgehen. Also hier in der ersten Elf. Der einzige, der vom Gesamtrating runtergehen würde, weil er alt ist, ist Aoyan. Und, Digga, hier gibt's nur Aoyan und Jalla. Deutschland im Halbfinale gegen Spanien. 4-2 gegen Österreich im Viertelfinale gewonnen. 2-1 im Achtelfinale gegen die USA. Einfach Lassme gegen Aoyan im Halbfinale. Und Tyran müsste auch dabei sein, Catherine, glaub ich. Wir haben 125 Millionen zur Verfügung. Köln möchte Martell zurückholen von Mailand. 44 Millionen. Der hat, glaub ich, 84. Ist ganz geil. Aber sollen wir den Deal hijacken? Sehe ich jetzt eigentlich nicht. Wenn ich ganz offen und ehrlich bin. Der hat, ja, weiß ich jetzt nicht. 44 Millionen, sehe ich nicht. Ähm, so, Scouts. Wir suchen nach einem Rechtsverteidiger-Backup. Nach einem geilen Spieler unter 21. Nach einem Weltklasse-Spieler unter 23. Weltklasse-Innenverteidiger. Weltklasse-Flügelspieler. Und einem zentralen Mittelfeldspieler, der Weltklasse ist. Transfer-Angebot für Zimmermann. Augsburg. Ja. Der, der hat halt leider sein Potenzial nicht erfüllen können. Ist 13,5 wert. Tim Zimmermann. Den, äh, den können wir wegmachen. Wir müssen halt vor allem ein bisschen wirklich den Kader aufräumen. Und der hat da auch wirklich gar nicht gespielt. 15 Millionen ist in Ordnung. Hätte man, hätte man mehr rausholen können, auf jeden Fall. Aber das nehmen wir mit. Interesse an Ferguson Frankfurt. Das ist dieser heftige Stürmer von denen. Ich habe den halt nur gescoutet. Den wäre, wir werden jetzt für 70 Millionen keinen Ersatzstürmer holen. Aber der ist echt krass. Nein, hat Deutschland die WM gewonnen. Äh, äh. Halt dein Maul. Nee. WM-Finale. Was? Hä? Deutschland ist raus? Hä, was ist denn das? Was ist denn das für ein Bug? Hä? Ach, dritter Platz haben sie gewonnen gegen Frankreich. Ach, schade. Hey, Junge, es wäre so cool gewesen. Es wäre so cool gewesen. Wäre einfach Henning Matriczani Weltmeister. Aber, Chad, Thomas Aueyan kann jetzt Weltmeister werden. Digga, das wäre schon lustig. Transferangebot Morgalla. Bochum, Digga, geht mal nach Hause. Small Club. So, weg mit dir, Zimmermann. Tschüss. Nein. Wow. Es waren von vier Teams im Halbfinale. Hatten wir aus drei Teams Spieler. Es wird ausgerechnet Spanien, wo wir keinen Spieler haben. Spieler des Turniers. Ah, der 99er freie Spieler von Deutschland, der Winter. Torhüter des Turniers. Keller, ha. Jeremy Pino. Team of the Competition. Schlotterbeck, Mokoku, Wirz, Winter. Aus Deutschland. Mbappé, Ansofati, Porro, Balde, Maignan. Digga, was wäre das eigentlich für ein... Oder wir spielen 4-3-3 offensiv und klauen einfach Leverkusen-Florian Wirz. Okay. Kommt, wir gerufen. Was ist los? Digga, jetzt... Ey, bitte. Jetzt nicht irgendwie ein Angebot von... Keine Ahnung. Der dritten Mannschaft von Malaga. RB Leipzig. 200 Millionen. Max Eberl ist jünger geworden. Hi Max, wie geht's dir? Also, mein lieber Max. Als erstes, ähm... Möchtest du bestimmt auch mal was... ein leckeres Energiegetränk trinken. Deshalb würde ich dir hier gerne einen Schluck Urus anbieten. Gönn ihn dir, mein Freund. Mh. Lecker, lecker. Also, Max. Folgendes. Ähm... Du bist ein sympathisches Kerlchen, weißt du. Auch ein, zwei Sachen konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Seitdem du bei Leipzig bist, paar komische Aussagen. Alles kein Problem. Wir können uns hier... Beim Benni Sechko... Hätte ich jetzt normalerweise gesagt. Normalerweise... 230, 240 Millionen Briefmarke auf den Arsch ab dafür. Weißt du, was das Problem bei dir ist, Max? Es gibt Steuern. Es gibt Steuern-Moyern. Erzähl's nicht dem Uli Hoeneß, der zahlt's ja nicht gerne. Steuern-Moyern bedeutet... Bundesliga-Tags. Dann gibt es die RB Leipzig-Issen-Drecks-Verein-Tags. Und es gibt auch noch die Max-Eberl-Tags. Und die Steuern sind teuer, mein Freund. Die sind sehr, sehr teuer, mein Freund. Und dann gibt's auch noch die Ruben Schröder ist zu eurem Scheiß-Verein hingegangen. Und die Steuern gehen immer weiter hoch. Und dann habt ihr uns auch noch aus der ersten Liga geschossen letztes Jahr. Und die Steuern gehen immer weiter hoch. 320. Ja, schade. Klassischer Fall von Steuern. Zahl deine Steuern. Was steht an jeder Ecke? Hallo? Ach, Jürgen, wie geht's dir? Ja, nee, fand ich nicht in Ordnung, dass wir den ausgefiffen haben. Weißt du, ich für eine geile Sau bin, dass ich das Angebot von Max abgelehnt hab? Ich weiß. Nein, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin, genau. Alles klar. Ich wünsche dir einen Traumhaften. Wir holen Kicke Top zurück, ja. Erstes Testspiel der Saison. Okay. Die haben Itaku. Digga, das Mittelfeld, weil Werde, Bellingham, Itaku. Warte mal. Was hab ich übersehen? Wer zum Fick ist denn das? Wer ist denn Davis? Und seit wann hat Chelsea Bellingham? Oh, das ist der Bruder. Also warte mal. Als erstes muss ich wissen, wer Davis ist. Ach so. Nein. Papa, kann ich ein Bellingham haben? Ja, wir haben Bellingham zu Hause. Scam. Da wurde gescampt. So. Testspiel gegen Chelsea. Nicht gegen Bellingham tatsächlich. Aber Koh-Ita Kura. Wild. Wir werden die WM-Fahrer ein bisschen schonen. Chad. Mirkan. Einmal die Z-Violin hier drunter legen. Thomas Aoyan hat keine 90 mehr. Der Mann wird alt. Hat leider die Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Es ist traurig. Trotzdem. Thomas. Es war schön mit dir. Aoyan und Yala wird auch diese Saison weitergehen. So. Die WM-Fahrer werden ein bisschen geschont. Deshalb spielt Juan Larios. Es spielt Morigala. So. Testspiel ist relativ egal. Schnelle Simulation. Danke für nix. Ita Kura hat uns ein Tor gedrückt. Ja. Ist süßes. Testspiele. Scheiß drauf. Da sind wir wieder bei dem Moment. Who the fuck ist Levin Koch, Digga? Ich hab keine Ahnung, wer du bist, Junge. Bei Gott, du hast 74. Wir werden über 12 Millionen für dich kassieren. Ich hab gar keine Ahnung. Wer du bist. Machen wir. Digga. Die Knappenschmiede hat wirklich ein bisschen eskaliert. Ohne Spaß. Das ist wirklich. Haben wir da Geld gezüchtet, Junge. Wie in so einem Gewächshaus. Wie in so einem Gewächshaus. Immer irgendwelche Spiele angepflanzt. 15 Millionen. Levin Koch. Auf Wiedersehen. Weitermachen. Transferangebot für Morigala. Fullham. Transferangebot für Lenny Schneider. Ich glaube, das werden wir machen. Weil da werden wir auch wieder 20 Millionen einsacken. Lenny Schneider. Bro, du hast es verdient, Nummer 1 zu sein. Ich gönne es dir vom Herzen. Aber Simon hat dich so krass an den Eiern. Wir können dich sehr, sehr gerne zu Geld machen, Danny. Leider konnte er nie das Potenzial ausschöpfen, was man ihm mal zugetraut hat. Schade, schade, schade. Aber Simon hat ihn einfach gefressen. Und hedelt davor die Saison tatsächlich auf. 23,5 in der Mitte treffen. So mehr oder weniger. Pascht. Nice. Dann haben wir gleich sogar relativ viel Geld zusammen. Testspiel gegen Milan. Da lassen wir die erste Elf ran. Die haben auch eine geile Truppe zusammen. Da werden wir jetzt mal wirklich die aktuelle erste Elf zocken. Schade. Linus trifft. Das ist okay. Und bevor ihr jetzt alle reinschreibt, Holkeke top, Holkeke top. Chat, der kostet 300 Millionen. Ich habe 150. Was soll ich machen? Soll ich mir das Geld aus dem Arsch ziehen oder was? Wir müssen verkaufen. So, erstmal Zag Banks. 2 Millionen. Mein Zahn! 3 Millionen machen wir. Weston McKennie zu den Bayern. Loy. Wollen die sich hier den deutschen Meister holen oder was? Also ich würde mir halt erstmal anhören, was Real Bittes hier mit Pitino vorhat. Weil dann könnten wir ihn abgeben und den absoluten Banger auf der 8 holen. Ich höre es mir mal an. Ich höre es mir mal an. Ja, Thomas Tuchel ist auch ein bisschen alt geworden. Thomas, soll ich dir was verraten? Charlie Pitino ist genau das, was du suchst. Im Jahr 2030 habe ich für dich endlich deine Holding-Six. Ah ne, warte mal. Scheiße, das ist ja gar nicht Tuchel. Ich rede ja gar nicht mit den Bayern. Oh nein, ich habe ja auch Alzheimer. Egal, gib mir 130 Millionen aus Mitleid. Weil ich krank bin. Unheilbar. Holy shit, Digga. Ja, was? Okay. Ich glaube, er hat Mitleid. Weil ich alt und krank bin. Er hat Mitleid. Massimo Schipp, Kahn Erdogan. Digga, bei 100 mache ich da aber ehrlich eine Briefmarke drauf. Also, bei 100 mache ich da eine Briefmarke drauf. Digga, 100 ist eine Briefmarke, sage ich euch so, wie es ist. Das ist eine Briefmarke. Was, du dummer B**** du Sohn hast 98 Millionen geboten, du kleine Sohn. Was? Scheiß Pleite Club, Digga. Fahre ich erst mal mit dem Lambo durch. Was soll denn das für eine Scheiße? Egal. Vielleicht kann ich, dann versuche ich es halt jetzt. Thomas. 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 Also folgendes. Ich habe ja was für dich. Digga, 31 Jahre in der Blüte seines Lebens, amerikanischer Nationalspieler, amtierender deutscher Meister, Europa League Sieger. Eine Holding Six. Thomas. 55 Millionen und er ist deiner. Eine Holding Six. Scheiße. Ähm. Ja. Ja, passiert. Gibt auch mal solche Tage. Ich klopf mal an, okay? Ich klopf an. Ich klopf an. Was geht? Altäter. Also, pass auf. Hola que tal. Oder es sei besser, grande pofferdote. Siehst du, ich kann Spanien. Folgendes. Der keke mich zurück nach Hause. Nach Deutschland. Und das ist eine Sache, die würden wir gerne in den Angriff nehmen. Folgendes kann ich dir anbieten, okay? Ich gebe dir einen Benni Sechko. Aktuell die Bundesliga zerschossen. Und obendrauf 30 Millionen. Das ist ein super fairer Deal. Du upgradest quasi deine Position. Alles klar? Okay. Tässpiel gegen Wohlwämpen. 3-0. Almada mit dem Doppelpack. So weit unter Markt fährt. Ja, man muss, guck mal, das Transferfenster geht noch vier Wochen. Man muss aber manchmal ein bisschen kritzeln. Weißt du, was ich meine? Banks wurde verkauft. Ah, wir haben eine absolut beschissene Vorbereitung gespielt. und spielen jetzt gleich den Supercup gegen Heidenheim und haben bisher keinen einzigen Transfer getätigt. Ey, das könnten wir schon mal machen. Ich nehme mir einen freien Spieler mit, weil dann ist es auch nicht so ein 99er. Ich hole mir diesen Nathan Maas, den Franzosenrechtsverteidiger, als Backup, wenn Amazon Royale uns verlässt. Dann haben wir dann einen jungen Herausforderer. Das ist eigentlich ein guter Call. Oder diesen Roelmeier, das holländische Talent, 17 Jahre. Ja, eigentlich müssen wir den holen. Der ist krass. Den können wir doch bestimmt auch... Den machen wir zum Flügel, haben wir unseren Flügel-Backup. Auf jeden Fall. Der ist ja krass. Wir holen uns Roelmeier, holländisches Top-Talent. Dann haben wir einen guten Flügel. Der hat auch linker Flügel als Secondary Position, das ist geil. Dann haben wir einen neuen Flügelspieler. Das ist cool. Rolle im Kader will der auch nur sporadisch haben. Nice. Fünf-Jahres-Vertrag. Wir sind hier an einem holländischen Top-Talent dran. Und dann werden wir es natürlich auch so machen, dass der Mann erstmal ein vernünftiges Gehalt bekommt. Und, ganz wichtig, so machen wir es ja immer bei den freien Spielern, dann kriegen die halt einen guten Einstiegsbonus. Ein gutes Handgeld. Drei Millionen Euro Handgeld für den Mann, weil wir ja keine Transfersumme bezahlen. Abfahrt. Haben wir hier einen super Spieler. Roelmeier. Here we go. Neuer Spieler für die Flügelposition. Transfer Nummer 1. So, Chat. Erstes Pflichtspiel der Saison. Supercup gegen Heidenheim im Borussia-Park. Die haben den DFB-Pokal gegen die Bayern gewonnen. Absolut verrückt. Absolut verrückt. Sie sind ein Zweitliga-Verein und spielen den Supercup. Ich spiele nicht selbst. Ich simuliere, aber ich gehe zur Pokalübergabe rein. Ich gehe die letzten zehn Minuten rein. Ich nehme mal diesen Meier hier mit und ich lasse mal Petino zocken. Petino soll sich ein bisschen ins Schaufenster stellen. Haben die echt diesen Lehmann vertickt? Krass. Kann mal einer Team Kleindienst einwechseln? Aoyan und Yala? Ja, so ein bisschen. Vorlage geht offiziell auf Aoyan. Nice. Almada auch gute Vorbereitungen spielt. Das ist geil. Das wäre der erste Supercup-Sieg für uns. Ja! Let's go! Asan! Gestern viermal gehört die Hymne. Ah! Let's go! Let's go! Let's go! Das schreit nach Supercup-Sieg, Chad. Stark. Sehr, sehr stark. Nice, 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 nice. Ja, ja. Wir haben in vier Tagen den UEFA-Supercup. Mal frische Beine haben. Werner? Werner? Leute? Mach Angst. Boah, das war geil gespielt eigentlich. Ich geh rein. Ey, komm! Digga, stell dir mal vor, ich chokes jetzt doch selber. Aber ich mach Aoyan und Yala, glaub ich, einfach. Guck mal. Aoyan? Soll ich euch mal Yala zeigen? Yala. Oh. Auch nicht mal der Alte. Scheiße, war das schlecht. Nein, 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 nein. Mach es jetzt bitte nicht. Yes. Der FC Schalke 04 gewinnt den Supercup. Alles gut. Schalke gewinnt den Supercup. Souverän. Kannst du nichts sagen. Souverän. Ja, da steht sie. Und Henning geht voran. Das war ja das Traurige. Den Europa League Titeln durfte Henning gar nicht hochheben. Supercup da war jetzt wieder. Guckt euch die geile Truppe an. Clap in den Chat. Henning, Goldrichani. Pokal hat er mittlerweile. Also Supercup. Europa League, Bundesliga. DFB-Pokal fehlen noch. DFB-Pokal und Champions League fehlen noch. Guckt es euch an, die glücklichen Männer. Geil, Digga. Auch ehrlich, Props an EA Sports, das während der Pokalübergabe läuft, steht auf, wenn ihr Schalker seid. Genau so würden die Schalke-Fans reagieren, wenn wir den Supercup gewinnen. Yes, Sir. Darauf erstmal eine Pressekonferenz. Ihr Kommentar zum Titelgewinn. Wir waren heute unaufhaltsam. Ja, wir sind eine geile Truppe, Digga. Wir sind eine geile Truppe. Ja, das Ergebnis spricht Bände. Wir haben sie kaputt gemacht. Digga, was fragen die mich eigentlich immer über irgendwelche Schwanzspieler vom Gegner? Ja, Henning. Warte, was? Die Medien-Chat. Vertraut nicht den Medien. Vertraut nicht den Medien. Vertraut nicht den Medien. Das ist die Bild. Fabiano Parisi. Spieler des Torniers, Henning Matriciani. Kann dir jetzt auch mal was passieren? Digga, in drei Tagen geht die Bundesliga-Saison los. Boah, Chat, und jetzt habe ich eine Mission. Ich habe eine Mission. Ich bin ein Mann mit einer Mission. Vor dem Supercup. Vor dem Supercup habe ich eine Mission. Sechko und 80 Millionen. Okay, wir reden. Chat, wir reden. Wir, wir reden gerade. Wir reden. Holy shit. Wir holen Keketop zurück. Ich glaube es nicht. Wir, wir holen den verlorenen Sohn zurück. Äh, 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 äh. 100 Millionen und Benjamin Sechko, Keketop zurück auf dem Weg zu den Knappis. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Wir sind ja auf dem Weg. Wir sind ja auf dem Weg. Den verlorenen Sohn zurück nach Gelsenkirchen zu holen. Vertragsdauer. Vier Jahre. Die Top-Spiele an unseren Verein binden. Passt. Freigabesummer. Das geht voll klar. Digga, er verzichtet ja sogar auf Gehalt der Ehrenbruder. Das ist mies korrekt. Fünf Millionen, warte mal. Fünf Millionen für 25 Einsätze hat der ein Rat ab oder was? Scheiß Geldgeier. Drei Millionen Handgeld. Und jetzt schluck. Schluck. Ich hab den Enkeltrick gemacht. Ich hab den Enkeltrick gemacht. Here we go. Keketop zurück auf Schalke. Here we go. Einfach Sound gibt's nicht mehr. Aber da läuft er rein und da schreibt natürlich und da schreibt noch einen Ball. Na klar, ist ein netter. Ist ein netter Chat. Und Rüdiger, guck dir mal. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum-Chat. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Oh, guck mal. Rüdiger haben wir. Wie ein stolzer Papa steht da daneben. Wie ein stolzer Papa. Guckt ihr es sich an. Oh, guck mal, wie der Keketop läuft. Wunderbar, wunderbar. Oh! Was? Was ist denn das? Warum will der Lasme seine Nummer wegnehmen? Hallo? Keketop, darüber reden wir nochmal. Du kriegst die Neuen. Achso, und weil es ein bisschen runter geht, also es tut mir leid. Benjamin, Seshko, danke für deine Einsätze. Du warst auch gut. Du warst auch gut. Du warst auch gut, Seshko. Also, du warst auch sehr, sehr gut, aber ey, Bro, I'm sorry, aber neben Keketop bist du das hässliche zweite Kind. Boah, wisst ihr, was gerade durchgesickert ist, Chat? Wisst ihr, was gerade durchgesickert ist, was echt krass ist? Das ist wirklich krass. Also, das ist nicht nur krass, das ist krass, krass, krass. Keketop hat gesagt, er will auf alte Zeiten, weil das seine erste Rückennummer bei uns war, die 42 wieder. Das ist cool. Ne, warte mal, hat die 42 nicht Jan Usun? Ach, fuck off, Digga, Keketop hat gar nichts gesagt, er kriegt die Neuen. Scheiße. Kriegt die Neuen. Er hat gar nichts gesagt, war, war eine kleine, war eine, war eine kleine Störung hier, Mandy. Weißt du, das hat ein bisschen, hat ein bisschen geleckt. Keketop will natürlich die Neuen haben, klar. Der Mann ist mittlerweile Champions League Sieger. Junge, der kann ja nicht mit so einer Jugendspieler-Nummer rumlaufen. Digga, soll ich das Spiel mal neu starten? Es gibt ja gar keinen Sound mehr, was ist da los? Wir wollen Top-Leistung bringen, versteht ihr? Weil wir Keketop geholt haben. Versteht ihr, wegen Keketop? Äh, Jaja, Jaja, Arsenal im Schlamm, genau so fühlt sich das an. Jajajajaja, den Supercup-Titel haben sie nur bereit, den nächsten Titel zu holen. Jajaja, wir können alles gewinnen, denn wir sind in Top-Form. Scheiße. Jajaja, gegen Heidenheim war es am Ende sehr knapp, wir gehen ihre Mannschaft daher, ein Spiel gegen Arsenal. Jajaja, die Taktik hat sich top bewährt. Weiter geht's. Boah, eine Bergkampf-Choreo. Wir befinden uns im Stadion Olympik und es ist das Supercup-Finale zwischen den amtierenden Champions-League-Sieger, dem FC Arsenal und den amtierenden Europa-League-Sieger, dem FC Schalke 04. Um diesen Supercup soll es heute gehen. Die Schalker ja vor zwei Jahren an gleichem Ort, an gleicher Stelle, in derselben Ausgangssituation gewesen als Europa-League-Sieger. Heute geht es gegen den FC Arsenal und natürlich die Augen auf die beiden Stürmer der Mannschaften. Es gab einen sehr ungewöhnlichen Stürmertausch. Aber wir lauschen erstmal der Supercup-Hymne. Um den wir es heute gehen, der FC Arsenal startet mit ein paar Spielern, die wir aus der Bundesliga kennen. Im Zentrum Kuretzka, Matthias Selecht und vorne Benjamin Seschko, dem Star-Stürmer aus der letzten Saison bei den Schalkern. Und die Schalker ebenfalls im 4-3-3. Das Zentrum, Tyramo Hidraogo, Weston McKennie und an alter Wirkungsstelle zurück. Keke top. Bei Arsenal die Champions League gewonnen, die Premier League gewonnen, wollte nach der Meisterschaft der Knappen zurück in die Heimat und spielt sein erstes Spiel völlig kurios gegen seinen alten Verein, gegen gegen Benjamin Seschko, den Eckstürmer. Benjamin Seschko gegen Meier, Seschko, Matricciani und Simon bereinigen richtig stark von Seschko. Und jetzt Schalke im Konter mit gegen top, dem anderen Eckstürmer. Kick in top, kommt vorbei, wird gefällt. Und nur die gelbe Karte für Gui. War das nicht der letzte Mann? Fragezeichen. Kick in top, muss eigentlich eine rote Karte sein, gibt aber Freistoß. und nur gelb. Aueyan kann Standards. Kann das auch aus der Position. Aueyan gegen Ramsdale. Aueyan kriegt nochmal den zweiten. Und Konter Arsenal. Boah, Matricciani vorbei. Seschko gegen Schalke, der zieht an und der wird vergestört. Boah, das ist so ein heftiger Stürmer, das macht so Bock zu zocken gerade, weil Seschko hat auch richtig Bock zu ballen. Junge, das ist richtig geil. Almada, Superball auf Kick in top, kein Abseits. Kick in top gegen Ramsdale, die alten Kollegen. Und Ramsdale weiß, wo Kick in top hinschießen will. Drei Jahre zusammen mit Verein, Aueyan bei der Ecke und Yala. Schau steigt hoch, Top im Abseits. Richter, nächster Schnittstellen, Ball auf Kick in top, wieder vor Ramsdale. Und so langsam darf man dann der Rekordtransfer der Königsblauen. 0-1 eingeleitet von Benjamin Seschko und Leon Goretzka, der Ex-Schalker. Gegen die alten Jungs. Brutal gut gespielt. Seschko, Benacea und dann Leon Goretzka. Hast du an der Schwierigkeit die Spieler rumgedreht, die sind alle so schnell. Weißt du, was das Problem ist? Die haben mittlerweile über 95. Guck dir das mal an. Guck dir mal, Kick in top, wie boostet der ist. Der ist eine Längli-Sau mit 96 antritt und 91 Springgeschwindigkeit. Der ist einfach eine Längli-Sau geworden, der Mann. Oh, Seschko angeschlagen. Benjamin Seschko. Der Ex-Schalker mit einer leichten Verletzung. Und Schalke kommt mit Linus Richter. Immer noch Linus Richter. Richter lädt auf den Tanz ein gegen ganz Arsenal. Richter. Der Ball ist klasse. Kick in top. Jetzt kann er es machen. Kick in top vor Rim Steyn und da ist der Anschluss. Kick in top für den FC Schalke 04. Treffer bei der Rückkehr. Kick in top. Die neue alte Nummer 9 des FC Schalke 04. Wartet lange. Rim Steyn kommt raus und das schiebt dahin einfach mit mittlerweile all seiner Klasse und all seiner Erfahrung vorbei. Kick in top. 1 zu 1 und damit dieses Supercup-Finale wieder offen. Und dem persönlichen Duell der Stürmer der Rückkehrer der Neustürmer steht es 1 zu 0 für top. Sechko böse gefoult von Aoyan und der bleibt liegen. Sechko ist verletzt. Das kannst du ja gar keinem erzählen. Kann sich wieder aufrappeln. Das wäre eine Geschichte gewesen. Thomas Aoyan mit gestrecktem Bein. Ob das sein muss gegen den alten Mannschaftskollegen. Der ist so ein verdienter Spieler des FC Schalke ist. Wartet auf eine Anspielstation. Aoyan. Hat das Auge für Kick in top. Wieder auf dem Weg. An Rim Steyn vorbei. Und jetzt ist es ein Traum-Comeback. Jetzt ist es ein Traum-Comeback für Kick in top. Rekordtransfer der Knappen und stellt sein persönliches Duell gegen Sechko auf 0-2. Überragend der Lupfer mit dem schwachen Linken. Raps zählt wieder einen Tacken zu spät. Weiß nicht unschlüssig, ob er da rauskommen soll, aber das ist überrangt. Und da zeigt Keketop, was er hier auch für einen Wert mit sich bringt. Und Rammel natürlich zufrieden. Schalke führt den Supercup gegen den amtierenden Champions-League-Sieger und Arsenal bringt Martinelli und stellt offensiv. Ballverlust. Saupa von Sechko. Saka und Asanoe Draogo. Und langer Ball auf Brian Lasme. Die 89. Minute läuft. Lasme gegen Ramsdale. Lasme gegen Ramsdale. Das ist überragend und Schalke gewinnt den Supercup Nummer 2. Es macht einmal Miep Miep und die ganze Bank ist auf dem Feld. Brian Lasme der Edeljoker der Schalker. Was für eine Geschichte. Der hat vor 9 Jahren noch 2. Liga mit Rüdiger Rammel gespielt und schießt die jetzt zum UEFA Supercup Sieg. Was eine Geschichte. Der Mann für die wichtigen Spiele. Für die wichtigen Treffer. Brian Lasme und das sollte es dann ziemlich zeitnah gewesen sein. Letzte Aktion für Arsenal. Letzter Angriff nochmal. Nein, weil Aue ja zumacht. Und das Spiel ist vorbei. Schalke gewinnt auch den UEFA Supercup. Digga, was eine Geschichte. Ausgerechnet Brian Lasme, Digga. Und Matricciani wird auch den UEFA Supercup mitnehmen. Der vierte Titel, Chat. Der vierte Titel in diesem Jahr. Der vierte. GGs. Henning Matricciani als Käpt'n. Und dieses Jahr gibt's nur ein Ziel. Bundesliga Titelverteidigung und gucken, was in der Champions League geht. Dieses Jahr gibt's nur ein Ziel und das sind alle Wettbewerbe. Guckt sich das an. Henning Matricciani, wie der am Feiern ist. Was eine Truppe. Also so viel werden wir gar nicht verändern, sage ich euch ehrlich. Also ich sag wahrscheinlich noch vielleicht ein Mittelfeldspieler und da müssen wir mal gucken. Die Fans sind komplett gerne ins Interview. Ja, a great victory vor Schalke. Ah, Almada, super. Hat alle Lobeshymnen verdient. Nach drei Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Ich bin immer nur da, wo die Arbeit ist. Ich bin immer nur da, wo die Arbeit ist. Boah, was eine Banger Truppe. Aber halt Leverkusen auch. Beino, Giltens, Gnoto, Alvarez, Diaby, Frimpong, Wirz, Kimmich. Wir müssen halt jetzt erstmal warten, ob wir noch irgendwie ein Angebot bekommen. Deshalb erstmal rein hier. Bundesliga-Auftakt in Leverkusen. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett als Bundesliga-Auftakt. Beide ohne Nase auf der Bank. Linus. Kike! Kike Kike Top! Kike Top! Kike Kike Top! La 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 la! Kike Kike Top! Kike Top! Kike Kike Top! Oh, Simon! Simon! Ich brauche einen Meet-Meep-Konter. Oh, nein. Digga, Simon ist so krass gerade. Also, es ist nicht unverdient, aber es ist brutal. 90. Inner 90. Inner 90. Russja Dorme möchte unser Top-Talent haben, Mats Krüger. Jetzt wird's ehrenlos. Edin, komm mal in mein Büro rein. Also, Edin, folgendes, folgendes, Edin, ja? Ein jeder Mann muss Steuern zahlen. Und Mats Krüger würde ich gerne verkaufen, das ist, es ist offenkundig. Aber, es gibt Bundesliga-Steuern und es gibt Borussia Dortmund-Steuern. Und die Dinge sind, wie sie sind. Leg mir 150 hier hin, dann kannst du einen Namen. Ihr kennt euch ja aus mit rechten Flügelspielern von Schalke. Abu Kla, das hat auch super funktioniert. Ja, fahr halt nach Hause. Die Nummer 1 im Pott sind wir. Wo ist denn Borussia Dortmund? Seid ihr Meister geworden? Nö, sind wir Meister geworden? Ja, dann verpiss dich halt. Geh halt raus aus meinem Büro. Inter Miami, Ralf Graf, ja, ab dahin zum Messi-Club. Wahrscheinlich spielt er da immer noch 2030 mit 42. Warum kriegen wir nur Angebote für Moagala, den ich nicht verkaufen will? So, Roelmeier, unser neues Top-Talent, linker Flügel, geht sogar auf 83 hoch. Big. Erstes Heimspiel der Saison gegen die Hertha. Die Aufsteiger sind zurück in Liga 1. Lustigerweise spielt da immer noch Marco Richter, das kannst du auch keinem erzählen. Erstes Heimspiel der Saison, ihr müsst den Fans was bieten. Keke aktuell zwei Spiele, drei Tore. Gerne so weitermachen. Ja, und Henning zeigt direkt, wo es lang geht. Schönes Ding. Ja, ich bin bis jetzt nicht zufrieden mit dem Spiel. Ist irgendwie sehr zerfahren alles. Also, Chad, irgendwie bin ich hier gar nicht so zufrieden. Und es gibt die ersten Tüffe im Stadion. Boah, Morgalla und Uedra Ogo sind bodenlos. Äh, Morgalla hab ich gesagt, Maya und Uedra Ogo sind bodenlos. Morgalla und McKennie kommen. Digger, McKennie auch direkt mit dem Wichs-Pass. Heilige Scheiße, geht ja nix. Was ist denn da los? Alter, Walter. Alter, Walter. Ja, Keke, komm schon. Nimm den Ball mit. Nimm den Ball mit, Keke. Komm, Junge. Komm, Junge. Weitermachen. 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 Digger, gegen den Aufsteiger ist das hart. Gegen den verfickten Aufsteiger. Marco Richter drückt mir auch noch ein. Eins zu vier. Und ich wollte ganz oben angreifen, die Saison. Keke, ich hab dich zurückgeholt. Du hast mich bescheuert. Ich hab dich zurückgeholt. 250 Millionen. Digger, du hast aber ja richtig reingebotert. Du hast ja richtig den saudischen Hahn aufgemacht. Ich hab den saudischen Hahn aufgemacht. Ich sag dir jetzt mal was. Drei Spiele, vier Tore. Das ist eine gute Kurze, oder? Wir liegen gerade 4-1 gegen die Hertha hinten. Was machst du am Handy? Du stehst auf dem Platz. Ja, Däumchen drehen, warum gehst du mit dem Handy auf den Platz? Was soll das sein? Die Zeit des Däumchen-Drehens ist vorbei. Du bist mittlerweile 26 Jahre alt. Du bist Champions League-Sieger, hast zwei WM-Teilnahmen hinter dir. Das ist nicht mehr so, dass du hier irgendwie der junge Spieler bist, der da ein bisschen rumhüpft und mal ein Tor macht und dann einen coolen Jubel macht. Ich will jetzt hier Leistung sehen. Und nicht nur, ich schieße mal ein Tor und mache mal ein paar Tap-Ins. Ich hab doch drei Spiele, vier Tore. Ja, die sagen zu dir Tap-In-Top. Du musst dir die Mannschaft mitreißen ein bisschen. Meine Spieler machen lieber Techtel-Mächtel als Leistung zu bringen. Die denken sich, ach, gegen den Aufstecker, nehme ich mal das Handy mit auf dem Feld, komme ich mal mit der Freundin da angelaufen. Ja, und so sieht's aus. Und so sieht's aus, dann stehst du hier mit einem Punkt nach zwei Spielen. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Laber doch keinen Quatsch. Ja, guck dir das mal an. Wo stehen wir denn in der Tabelle? Platz 16. Ich hab 230 Millionen in dich reingekloppt. Was soll denn das sein hier? So, Keke. Du sagst mir jetzt einen Spieler, den du haben möchtest. Gib mir einen Call. Du kannst dir die Mannschaft angucken, welchen Spieler möchtest du haben. Ich bring dir einen mit. Ich bring dir einen mit. Sag's mir. Keke Top, offiziell mächtiger als Rüdiger Rammel. Der Kilian Mbappé des FC Schalke 04. Du darfst alles sagen. T-Rodde. Bruder, wir sind im Jahr 2030. Simon T-Rodde ist Chef-Scout, ist mittlerweile 45 Jahre alt. Die Kinder sind jetzt schon älter als du bist. Das ist over. Und sag nicht Polti, Digga. Der ist auch schon lange vorbei. Gib mir eine Minute. Überleg. Überleg in Ruhe. Hol Mülli zurück. Ich glaub, der hat auch die Karriere beendet. Geht da noch was bei ihm? Ich hab nur noch Florian Müller. Ist auch schon vorbei. Alles over. Oh, wir reden. Die bieten Diaby und sieben Millionen für Bettino. Wir reden. Häkeren kriegst du. Kriegst du. Keke, kriegst du. Kaufe ich dir. Häkeren Wunschtransfer kaufe ich dir. Muss kurz Leverkusen über den Acker ziehen. So, Tauschspieler machen wir nicht. Kennst du den Begriff Bundesliga-Tags? Kennst du? Klasse. 120. Naja, die haben kein Geld. Bieten mir irgendwelche Schwanzspieler. Oder Aue und Jalla. Ja, der steht doch schon. Bruder. Der steht doch hier. Mit einer 89er-Gesamtwertung. Kann ich hier eine Schnelle machen? Keke? Drei Spiele. Wir sind sieglos. Keke Top ausgewechselt. Can Usun kam rein. Aue, Jan und Jalla hat funktioniert. Sieht gar nicht gut aus. Digga, Nationalteam. Für Deutschland nominiert. Matriciani, Simon, Ciao, Richter, Uedra, Ogo, Keke Top. Wir stellen die halbe deutsche Nationalelf. Brian, Lassmann, Tyrann für Frankreich. Amazon Royale für Brasilien. Trainer steht in der Kritik. Ja, das stimmt. Keke, was ist los? Hallo, Boss. Ich muss es leider so hart sagen. Ausgewechselt zu werden ist immer ein Herbert Dempfer. Aber wenn sie mich im letzten Spiel nicht rausgenommen hätten, wäre mehr als ein Remis machbar gewesen. Ich hätte genau die eine Chance rausgeholt, die uns den Sieg gebracht hätte. Tja, wir werden das nie erfahren, oder? Zwei Zähler verschenkt. Was bist du denn für ein Arschloch? Was bist du denn für ein Arschloch? Was antworte ich denn da jetzt? Deine Fitness ist wichtig. Gewinnt einmal die Champions League und direkt einen auf den. Er ist wirklich deutscher einfach fehl geworden. Digga, also das Transferfenster, wir haben einen Spieler geholt. Können wir uns mal an, was wir hier noch für einen Kader haben. Es ist ja komplett over mit uns. Ja, okay, er hat zweimal die Champions League gewonnen. Leverkusen will Miretti haben. Ich hijacke den Miretti-Deal. Ich hijacke jetzt den Miretti-Deal. Was haben die gezahlt? 90 Millionen. Nein. Wobei. Pettino und ein Zehner. Ich bin der beste Hijacker, den es gibt. Ich bin wie die Black Ops 2-Map. Ich bin hijacked. Und ab ins Café. Und wir reden. Der klassische Enkeltrick. Ab ins Café mit dir, Miretti. Gisela, zwei Erdbeert-Hörtchen. Rolle im Kader, Schlüsselspieler. Drei Jahresvertrag. Ja, passt alles. Für zehn Tore gibt es keine Millionen oben drauf. Gehalt wird ein bisschen angepasst und dann wird das Ding fix gemacht. Fabio Miretti. Here we go. Schalke 04. Wir haben unseren neuen Star-Achter. Und da werden Meter gemacht. War das mein Wunschspieler. Du bist ruhig. Du kriegst deinen Hekeren gleich. Guck dir erstmal an, wie der vorgestellt wird hier. Und Keke Top in der kurzen Leggings begrüßt ihn. Klassischer Fall von Rammel Masterclass, dieser Transfer. Ich sage es immer wieder. Alvaro geht zu Juve-Chat. 130 Millionen. City hat Alvaro verkauft. Ist nicht aus dem Schatten von Haaland rausgekommen. Morgala muss bleiben. Morgala bleibt. Da machst du ja gar keinen Stress. So, Matthias Becker, Gladbach. 15,5 Millionen. Mit dem habe ich in der Nahtzu zusammengespielt. Ja, der ist auch in Mara. Feyenoord, Emerson Royal. Nee, das macht keinen Sinn. Es ist halt bitter, dass wir Krüger nicht verkauft bekommen. Erstmal Wunschtransfer eintüten. Justin Hekeren zurück zu Schalke. Transfersumme anbieten. 5 Millionen. Ich weiß nicht, was er wertet. Was ist denn der Wert? 5? Okay. Justin Hekeren, komm. Komm, komm, komm. Ja, schönes Ding. Nimm deine Beraterin mit. Rolle im Kader sporadisch. Werde ich zu dir? Gibt aber einen leckeren Drei-Jahres-Vertrag. Gisela macht zwei Erdbeertörtchen. Ein Jahresvertrag. Machen wir mal zwei raus. Ja, schön. Schön. Passt. Alles passt. Und da schreiben wir, Keke hat seinen Wunschtransfer. Justin Hekeren. Zack. Zurück zum FC Schalke 04. Da kommt er rein. Geile Sache. Was hat er? Wurde ich von den Blackburn-Rovers gescammt? Ja. Das ist 1,3 Millionen wert. Keke, du hast mich ge... Jetzt kommen natürlich die Angebote. Dachte ich mir. Julian Keller. 5 Millionen. Kann zum Wetter gehen. Thüram. Almada. Quatsch. Quatsch. Ja, ist schwer. Ist schwer. Müssen sie jetzt so durch die Saison ziehen. Wen haben wir in der Gruppe? Valencia, Zagreb und Red Bull Salzburg. Lol. Wir haben ja voll die chillige Champions-League-Gruppe. Wir haben ja voll die chillige Champions-League-Gruppe. Naja, Decker. Da müssen wir ja durch. Also, ich bitte euch. Kein Disrespekt, aber da müssen wir durch. Guck mal hier. Barca, Liverpool, Florenz, Warschau. Leverkusen mit Juve drin. Real Madrid, Tottenham. Bayern mit Atletico. Dortmund mal wieder mit City, der Klassiker. Nein, Chad. Wisst ihr, gegen wen wir spielen? Nein, 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 nein. Decker, was wir auf einmal hier... Auf einmal kriegen wir sie alle vertickt, ne? Julian Keller. Im Winter zu K4 Mechelen. Und dann Champions-League direkt. Ey, Keke, ich will was sehen gegen Mainz, ne? Sonst haben wir wirklich ein dickes Problem. Also, jetzt muss der erste Saisonsieg her. Euer Saisonstart war scheiße. Und jetzt zeigt ihr bitte, aus was für einem Holzseegeschnitt seid, okay? Ihr zeigt jetzt, aus was für einem Holzseegeschnitt seid. Ich bitte euch. Zeigt aus, was für einem Holzseegeschnitt seid. Ja, was passiert hier? Nein, ich weiß es schon wieder. Ich weiß es schon wieder. Der C. Ich kann es nicht mehr. Chad, ich kann es nicht mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Ein Aoyan und Jalla, bitte. Bitte, ein Aoyan und Jalla. Ich habe es lange nicht mehr so krass gebraucht. Aoyan. Jalla. Oh, Aufsetzer. Oh, scheiße. Mainzer. Ja, das war geil. Miretti. Wo Mainzer? Alle ruhig. Alle ruhig. Alle ruhig. Wir machen es mit Erfahrung. Mit einem kühlen Kopf. Digga, er ist ja der Allerbeste. Er ist ja der Allerbeste. Miretti. Ja, sehr gut. Und das Stadion ist direkt wieder da. So schnell kriegt man die Fans zurück. Henning. Schön, schön. Keke. Keke leitet den Konto ein. Keke. Was tust du? Okay, war gut. Hat nichts gesagt. War gut, war eine Vorlage. War eine Vorlage. Hat nichts gesagt. Erst ein bisschen, muss ich sagen, komisch. Aber alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. 3-0 ist alles entspannt. Alles entspannt. Stark. Stark, stark. Chat. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ist doch alles in Ordnung. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ist doch alles in Ordnung. Gigi ist in den Chat. Gegen Valencia direkt. Was hat Ui Draogo? Schulterprellung. Fünf Tage. Ich glaube, ich träume. Ist das mal schön zur Abwechslung. So. Wood geht nach Godoy Cruz. Ich tue einfach so, als würde ich den Verein kennen, oder? Ja, Ohrläppchenzerrung. Das ist ganz mies. Lass uns darüber reden. Da gehen auch keine Bundesliga-Tags drauf. Dann haben wir im Winter Geld. Lass uns darüber reden. Du, Allegri. Ich weiß. Du bist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das Gedächtnis funktioniert nicht mehr so. Und da wird mal eine Million verstudert. Und da. Aber weißt du, was ich geil finde? Was ich wirklich mega korrekt finde? Dass du mir gestern Abend noch die E-Mail geschrieben hast. Und gesagt hast. Rüdiger. Wir treffen uns morgen auf Alibi. Trinken wir ein Käffchen. Aber eigentlich ist das Ding für 130 eingetütet. Das finde ich wirklich korrekt. Aber finde ich auch geil, dass du zu deinem Wort stehst. Was tun für einen kleinen... Was ist das für eine Scheiße? Ein Enkeltrick funktioniert nicht mehr. 120. Im Winter wird geshoppt. Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Im Winter wird geshoppt. Germanys Enkeltrick-Betrüger Number One hat wieder zugeschlagen. Im Winter wird geshoppt. In der Hoffnung, dass wir vorher nicht die komplette Liga an die Wand fahren. Ich muss mit der Presse reden. Auf Englisch. Haben sie das Zeug, den Champions-League-Titel zu holen? Wir sind sehr ambitioniert. Wir haben mit Keke Top einen zweifachen Champions-League-Sieger im Sturm. Ja, klar. Wir haben hohe Ziele. Das sind der FC Schalke. Wie gehen sie das Spiel ohne Ui Draogo an? Wir haben einen super Kader. Wir haben einen super Kader, wirklich. Wir haben einen super Kader. Da brauchst du gar keine Sorgen machen. Mach dir da gar keine Gedanken. Ja, wir haben dem Spiel dann Gegenfieber. Wir sind da. Ja, also ich sehe hier eine top-hoch motivierte Mannschaft. Miretti wieder von Anfang an. Der hat es klasse gemacht. Geht nach links. Weston. Auch mal die beiden Sanés mitnehmen, sage ich euch ehrlich. Auch mal die Sanés mitnehmen. Defensive stand ein bisschen unruhig. Morgalla vorn plus sechs. Karl Mayer, tut mir leid. Die haben einen Thomas im Sturm. Die haben einen Thomas im Sturm. Ich weiß, was passiert. Thiago Thomas. Champions-League-Fußball zurück in der Felddienst-Arena. Guter Versuch, Kicke. Weitermachen. Das fehlt die Kran, was er da macht. Schade, weiter. Weiter, Männer. Weiter, 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 weiter. Lol. Nein. Ey, ey, jetzt. Ey, jetzt kotzt mir doch mal bitte einer ins Gesicht. Ah, Digga. Jetzt kotzt mir doch mal bitte einer ins Gesicht. Also, ich sage es dir ganz im Ernst. Jetzt ist der Moment, wo du mir ins Gesicht kotzen kannst. Almada, lass mich raten. Gebrauchen AC. Ey, das kann es doch nicht sein. Was ist denn das schon wieder? In der letzten Saison gibt es einen Trümmerbruch oder was? Ich muss zeigen, dass Leeroy Sané es immer noch im Tank hat. Thomas. Ein Torschuss am lieb. Männer, das ist Champions League. Verhaltet euch so. Wir sind hier nicht bei den Bambinis. Digger, Kiko. Aaaaaaah. 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 Almada, Schulter. Tür haben gebrochen an sie! Nein! Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Und Henning hat 85. Henning hat 85. Die alte Pace. Mit 92. Warum ist denn der unzufrieden mit seinem Vertrag? Dann kriegst du halt 9. Was willst du haben, Henning? Ich geb dir alles. Hier, klassischen Verdoppler. 50. Oh, mein Gott. Gar nicht erst irgendwelche Gerüchte aufkommen lassen. Wieso sind die alle unzufrieden? Das sind irgendwelche Jugendspieler. Sonst sind die alle zufrieden mit ihren Verträgen, oder? Almada und Türam fallen beide aus fürs Union Berlin Spiel. Zum Glück haben wir so einen breiten Kader. Sad no one ever. Matricciani trifft. Chat, wir können offiziell die Saison loslassen. Wir können offiziell die Saison loslassen. 6 Punkte nach 5 Spielen. Guck mal, was die Bayern da machen. Wir können loslassen. Bochum! Bochum! Jetzt halt einfach Real Talk. Ich sag, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich überlege, ob ich die Fünferkette zurückhole. Das Ding ist echt durchgegangen, Mats Krüger. 120 Millionen, Juve. Wir müssen im Winter so Action machen, Chat. Ich mach jetzt die Hinrunde ganz schnell durch. Und dann im Winter, Mann, halbwegs vernünftigen Kader da zusammenschustern. Immerhin ist Almada wieder fit. Kann ich bei Seshko vielleicht 1, 2, 3 mit Rücktausch sagen? Geht das? Wie früher bei Yu-Gi-Oh! Ist das möglich? Kann man das bringen? Schade, Kierke. Weiter mal. Kierke, schieß doch selber. Schieß doch selber. Richter auch im Loch, Digga. Es sind alle im Loch. Das ist ja das Problem. Die sind ja alle im Loch. Digga, ich kann es nicht mehr! Digga, das ist der Moment, wo ich die Taktik offiziell umstelle. 4-3-3 mit einem 6er ist over. Meine Freunde, Jesus lebt! Kierke top! Dankeschön! Vielen Dank! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Komm, Kierke, geh voran, Junge! Ich brauche es! Ich brauche es! Auf den Kopf von Kierke, bitte! Aoyan! Jala! Ja! Jala! Oh, Jan und Jala! Almada! Almada, du geile Sau! Digga, den nickt er gut rein! Den nickt er gut rein! Weiter, 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 weiter! Jetzt, bitte! Bitte, bitte, bitte! Kierke! Das ist Fußball! Nein, nein, ich ahne es! Ich ahne es! Gott im Himmel! Gott im Himmel! Pfeift die Scheiße einfach ab! Oder geh nochmal! Egal, egal wie... Was wir da für Chancen vergeben müssen, eine bodenlose Frechheit! Bochum verliert gegen die Bayern! Egal wie! Ist alles egal! Ai, 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 ai! Miretti ist hochgegangen auf 89! Der war wirklich ein babamäßiger Einkauf! Da werden wir ein bisschen rotieren! Weston auf die 6! Maier rechts außen! Und, äh, Malik soll sich seine Form zurückholen! Come on! Kierke top mit einem Doppelpack! Linus Richter mit einer Hütte! Keke top mit einer 10-0! Schönes Ding, Digga! Schönes Ding, Digga! Schönes Ding! Es geht doch! Genau so stelle ich es mir vor, Chat! Genau so stelle ich es mir vor! Und jetzt... Oh Gott! Und jetzt Hamburg auswärts! Oha! Oha! Jetzt den Turnaround schaffen, Chat! So, ich mach mal hier... ...McCanny rein! Machen wir es erstmal so! Braucht auf jeden Fall für die Rückrunde einen Spieler im Zentrum! Und Adams kann es halt nicht mitnehmen für die 8! Hamburg ist Kryptonit-Verein in der Karriere, ja! Absolut! Absolut leider! Aber wir müssen auf jeden Fall für die Rückrunde echt mal schauen, was wir transfermäßig machen! Das müssen wir uns echt mal angucken! Weil wir haben echt, äh, einiges auf der Agenda! Ey, jetzt bitte! Die Mannschaft soll bitte einfach zeigen, dass ihr lebt, okay? Zeigt einfach, dass ihr lebt! Zeigt, dass ihr lebt! Boah! Boah! Nein! So ein Chancen-Plus! Nemesis! Das ist die Nemesis! Das kommt davon, wenn man die komplette Transferperiode auf einen Spieler ausrichtet! So dumm! Ich spreche es jetzt aus, wir hätten Seschko behalten sollen! So dumm! So fucking dumm! Digga, ich schwöre es dir, Keke Top sitzt das nächste Spiel auf der Bank! Das ist ja einfach nur noch krass! Das ist ja einfach nur noch krass! Das ist ja nur noch krass! Das ist ja nur noch krass! Wir haben jetzt schon mehr Niederlagen als letzte Saison! Und jetzt kommt das Derby! Das Ding ist, ich glaube, ich muss ehrlich das Spielsystem umstellen! Weil es sind ja erstmal alle bei der Nationalmannschaft! Das große Problem ist, dass Keke Top ein anderer Spielertyp als Benjamin Seschko ist! Weil Keke halt wirklich ein Strafraumstürmer ist! Und er holt sich viel zu tief die Bälle die ganze Zeit! Das macht gar keinen Sinn! Und jetzt Derby! Also jetzt könnte es dir einen kompletten Trümmerbruch geben! Mit Mutrig bei Dortmund! Sitzt Abu Klal auf der Bank? Ja! Jetzt könnte es richtig eklig werden! Das ist ein Duo-Daispiel! Und Keke! Danke! Weil ich beliebt habe an dich! Dankeschön! Dankeschön! Bitte! Danke! Danke! Gib dem Team Zeit! Dass das Team versteht, wie Keke Top funktioniert! Gib dem Team Zeit! Das ist ein anderer Stürmertyp! Gib dem Team Zeit! Aue, Jan! Auf Keke Top! 0-2 im Derby! Heilige Scheiße brettern wir da drüber! Wow! Also ich habe einiges kommen sehen! Aber kein Keke Top-Headtrick in den ersten 28 Minuten! Ich glaube die Mannschaft hat das Duo-Daispiel sehr gut verstanden! Das ist halt ein bodenloser Fehler, McKinney! Boah, was eine erste Halbzeit! Was eine erste Halbzeit! Keke Top! Safe Call! Schnellster Derby-Headtrick aller Zeiten! 26 Minuten! Geisteskrank! Egal! Da darf ich mich nicht beschweren bei dem Spiel! Absolut nicht! Dortmund ist komplett ohne jede Chance! Guck dir das an! Und wir führen Dinger! Fast das Vierter! Ich glaube man kann offiziell sagen, der S04 ist wieder da! Ich glaube man kann es offiziell sagen! Alter, was ein Comeback! Keke Top mit dem Headtrick in Dortmund! So, jetzt noch in Salzburg bestehen! Und dann reden wir! Dann fangen wir an zu reden! Linus Richter ist auf 91! Karl Mayer, Malik beide 87! Das ist ein brutales Team eigentlich! Wir lassen mal Mayer von Anfang an spielen! unseren neuen Rechtsaußen! Und Schallenberg für McKennie! Oh, die haben Schwanzkara! Wie spricht man den aus? Sollte eigentlich... Wolfsburg im Pokal! Egal! Gegen Frankfurt bestehen und dann im Pokal weiterkommen! Ach Digga! Händing mit einer Glattrotten! Du Scheißer! Digga, wir haben ja auch... Wir haben ja auch wirklich die absolute Traditionswoche! Wolfsburg auswärts, Leipzig auswärts und dann Salzburg zu Hause! Ja, toll! Wofür haben wir denn 3-0 im Derby gewonnen? Wenn wir eigentlich ein Haufen Scheiße sind! Lass mich raten! Ich weiß ganz genau wie es läuft! Jetzt fliegen wir aus dem Pokal raus! Jetzt fliegen wir aus dem Pokal raus! Komm, lass uns rausfliegen! Lass uns rausfliegen aus dem Pokal! Digga, ich bin so getriggert! Ich drücke da jetzt noch eine schnelle Simulation hinterher, ne? Mich huckt es gar nicht, Digga! Mich huckt es gar nicht! Ich drücke da jetzt noch eine hinterher! Jetzt sind wir aus dem Pokal raus! Dankeschön, Linus! Dankeschön, Linus! Können wir jetzt bitte wieder... Normal? Haben wir uns jetzt alle konzentriert? Haben wir uns jetzt alle einmal die Meinung gegeigt? Haben wir jetzt alle einmal Bescheid gesagt, was das Problem ist? Toll! Dann können wir ja jetzt, oder? Und jetzt Leipzig auswärts! Es wird so ein ekliges Spiel! Also ich muss sagen, Chat, I'm sorry, aber ich bin gerade... Ich sitze nicht im Malik-Schau-Boot! Sag ich euch ganz offen und ehrlich! Ich sitze da nicht drin! Und die haben halt auch einen krassen Kader, ne? Die haben halt auch echt einen krassen Kader! Keke Top beim Freistoßen, ne? What the fuck? Digga, Hennig! Willst du mich verarschen gerade? Willst du mich gerade wirklich verarschen? Willst du mich gerade wirklich verarschen? Also, I'm sorry, aber da wechsel ich auf Henning Hauss! Es ist nicht vermarkbar! Danke, danke, Almada, danke! Komm schon! Superball! Digga, let's go! Let's go, Alter! Das war ein richtig geil gespieltes Tor! Richtig geil gespieltes Tor! Wer hat den Pass rüber auf Richter gespielt? War das wieder Almada? Überragend, Junge! 29% Ballbesitz! Scheißegal! Das wäre so wichtig! Diese Woche geht's um alles! Wir müssen in der Bundesliga gewinnen, in der Champions League! Pokal haben wir unsere Hausaufgaben gemacht! Da sind wir weiter! Bitte nicht! Bitte nicht! Digga, Simon! Ich küsse dein Herz! Simon hat uns gerade zwei Punkte gerettet! Simon hat uns gerade offiziell zwei Punkte gerettet! Ich küsse dein Herz, Digga! Ich küsse dein Herz, Simon! Bayern München gewinnt jedes Spiel! Napoli möchte Adams haben! Ist auch ein Jugendtalent von uns! 39 nach Neapel! Nehmen wir an! Digga, Chad, wir haben im Winter... Im Winter werden wir richtig einkaufen, ne? Im Winter müssen wir richtig Action machen! Und das sage ich euch jetzt schon mal! Winter-Transfer-Periode wird vogelwild! Und jetzt geht's in der Champions League um alles! Aber der Sieg in Leipzig war ganz, ganz wichtig! Ey, immerhin! Tabellen-Fünfter ist nicht so eine Riesen-Katastrophe, nach der es sich zwischenzeitlich angefühlt hat! Bayern hat auch lustigerweise irgendein Spiel verloren! So, Salzburg! Ich werde mal mit Meier starten! Und mit Morgalla! Und auch mit Emerson! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Aber Weston ist gerade... Äh, Weston sage ich schon, Digga! Ich hänge auch komplett! Matriciani ist gerade schwer! Verlieren ist der Weg in die Euroleague! Das ist ein Dua-Dai-Spiel! Wenn wir verlieren, sind wir in der Euroleague! Komplettes Dua-Dai-Spiel! Danke für nix! Schandt, Cara! Wenn wir verlieren, sind wir in der Euroleague! Und Kick in Top, Junge! Und jetzt Meter machen! Meter machen! Weiter! 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 Zweite Halbzeit müssen wir alles reinwerfen! Zweite Halbzeit müssen wir alles reinwerfen! Männer, kommt schon! Wir haben uns so viel vorgenommen für die Saison! So viel! Und der argentinische Zauberer Almada ist drin! Warum da lang immer auf die Außen? Verstehe ich nicht! Superball! Nein! Bitte, Aoyan! Bitte! Genau jetzt! Ich brauche Aoyan und Yala! Ich brauche Aoyan und Yala! Noch eine Ecke! Bring ihn! Noch eine Ecke! Schalke will die Champions League! Schalke braucht die Champions League! Aoyan! Und Konter! Nein! 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 Volle Offensive! Aoyan! Geh! 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 Ecke! Stadion steht nochmal! Aoyan! Auf Top! Aoyan! Jan Uzun! Jan Uzun! Uzun! Uidra Ogo! Almada kommt nicht durch! Das könnte es gewesen sein! Und das war's! Und das war's! Und das war's! Und das war's! Verabschung! Und das war's! Aoyan! Der ist ein Film! Und das war's! Und das war's! Und das war's! Und das war's! Das war's Der Champions League Traum ist over Komplett im Loch Komplett im Loch Komplett im Loch Komplett im Loch Die ganze Saison ist im Arsch Nein, wir sind raus Wir können nicht mehr weiterkommen Weil Salzburg den direkten Vergleich hat Digga, ich weiß nicht, was los ist Ich weiß nicht, was los ist Ich bin so gebrochen Ich bin so gebrochen Das ist over Du kannst alles in die Tonne hauen Guck dir das mal an Guck dir das mal an Die Schalke Karriere endet so, wie sie enden muss Im absoluten Loch Im absoluten Loch Sevilla ist jetzt auch egal Es ist vorbei Sevilla ist auch egal Wow Das kannst du keinem erzählen Das kannst du keinem erzählen Das ist so frech Wir müssen irgendwie die Liga jetzt noch retten Bayern ist 14 Punkte vor uns Irgendwie die Liga noch retten Irgendwie Catherine Thuram ist immerhin wieder fit Boah ist das hart Boah ist das hart Wir müssen die Saison irgendwie retten Es ist jetzt Mission Saison retten Aber Thuram ist noch angeschlagen Im Winter muss es eine absolute Transferoffensive geben Sonst sehe ich hier ganz ganz dunkel schwarz Digga Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich kann es nicht verstehen Ich kann es nicht verstehen Ich verstehe nicht warum die so schlecht spielen Miretti ist der einzige Einzige Gute zusammen mit Kilke noch Freiburgs Es ist brutal Es ist einfach brutal Es ist einfach brutal Wir werden gleich im Winter einen kompletten Umbruch machen Im Winter müssen wir verrückte Sachen machen Das sage ich euch so wie es ist Das hier hat keine Zukunft mehr So wie das hier aktuell läuft Im Winter werden wir einiges auf den Kopf stellen müssen Das ist Digga Ich habe da keine Erklärung für Ich habe da keine Erklärung für Ich kann es mir nicht erklären Warum die Mannschaft so unterirdisch performt Ich kann es mir nicht erklären Ich weiß nicht warum es so ist Warum ist das so Erkläre es mir Mann spielt doch Fußball Kein Sinn Die laufen da alle rum wie Falschgeld Alle Alle miteinander Alle miteinander Geh 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 Almada Du kannst alles retten jetzt Du kannst alles retten Almada Ach Digga Der kann ja nicht mal mehr Ich werfe ihn nicht Ich werfe ihn nicht Digga Ich war noch nie so sauer wegen Karriere Ich war noch nie so sauer Digga Was doch nicht die Scheiße nochmal erzählen Jetzt auf der Pressekonferenz Du kannst sie alle verkaufen Verkauf sie alle Jetzt Rollenköpfe Keke Top hat 95 Almada hat 90 Ich sehe es nicht Jetzt Rollenköpfe DFB Pokals Zuhause gegen Ingolstadt Jetzt will ich was sehen Und Digga Ich sage es euch so wie es ist Wenn wir jetzt verlieren Trete ich zurück Dann ist das Karriereprojekt hier beendet Wenn wir jetzt verlieren Dann trete ich vorzeitig aus dem Amt zurück Da mache ich meine Ankündigung wahr Ehrlich jetzt Weil dann kann ich dem Team nicht mehr helfen Dann kann ich dem Team nicht mehr helfen Dann geht es nicht mehr Aha Man muss nur drohen Dann läuft auf einmal auch Linus Richter wieder Mit zwei Füßen rum Aha 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 Ja danke 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 Hat er sich gerade beim Tor verletzt? 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 Beim Tor Beim Tor Wahrscheinlich den Ball mit dem gebrochenen C geschossen Ich sehe es schon kommen Aha 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 Ja schön Schön Das ist ja schön Das ist ja schön Das ist ja schön Aha 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 Wahnsinn 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 Hey Can Oso Aha Aha Ja ist gut Ist gut Ich sage ja gar nichts Ich sage ja gar nichts Ist mir scheißegal ob die zweite, dritte, vierte, fünfte Liga spielen Es ist zumindest mal wieder ein überzeugender Auftritt Da kannst du nichts gegen sagen Chat Es ist zumindest mal wieder ein überzeugender Auftritt Und das ist sehr lange her Und das ist sehr, 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 sehr lange her Dortmund kommt gegen Frankfurt weiter Wen haben die denn in der zweiten Runde gehabt, Ingolstadt? Da kann ich gar nicht nachgucken Oberschenkelzerrung Miretti vier Wochen Jetzt fällt noch der beste Spieler aus der Hinrunde aus Jetzt fällt noch der beste Spieler aus der Hinrunde aus Verletzungsmisere bei Schalke geht weiter Und Keke Top ist zum Ballon d'Or nominiert Wann wird der Ballon d'Or vergeben? Wann wird er vergeben? Ich bitte euch Digga, ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Bruder, ich bin kurz davon Von Scholder zu werfen wegen Karriere Digga, ich kann es nicht mehr Guck dir mal die Scheiße an in der Bundesliga Wen willst du das denn erzählen? Wen willst du das denn erzählen? Tabellenneunter Wir haben 15 Punkte Rückstand auf die Bayern Wie, wie soll das denn funktionieren? Jetzt mal ganz im Ernst Wie will, wie, wie, wie Letztes Spiel in der Champions League Ist eh over Mach Ja, dachte ich mir! Spielen wir nicht mal EuroLeague? Wahnsinn Young Boys Bern kommt weit Ne, die schauen wir mal an zu spielen Wir müssen eine Reaktion zeigen, Chat Wir müssen diese Nein Und Ah, ah Das ist ein Nachtritt Seschko holt den Ballon d'Or Wir haben den Ballon d'Or Spieler abgegeben im Sommer Die kann ich mehr Die treten ja in einer Tour nach Die treten ja in einer Tour nur auf mich drauf In einer Tour Wow, 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 wow Also es geht an die Substanz Und jetzt gegen Augsburg Ich weiß ja schon wieder was passiert Ich weiß... Digga, das ist krass Das ist krass Das ist echt krass Der Ball Almada Schwer Nicht mal mehr OE 100 Ja, das funktioniert Almada ist Real Talk der einzige Gute gerade Der einzige Gute gerade Der einzige Wirklich der einzige Gute gerade Es gibt keinen anderen, der gut ist gerade Keinen anderen Keinen anderen, das ist verrückt Keke Top hängt völlig in der Luft Der weiß gar nicht, wo oben und unten ist Es sind alle außer Form, wirklich Aoyan Simon Und Almada Und halt Miretti war noch ganz gut Aber der ist jetzt auch schon wieder verreckt Boah, da werden so Köpfe rollen im Winter Da werden so Köpfe rollen Am besten ist noch Konterausgleich, 90er Naja, danke immerhin 1-0 gegen Augsburg Hoffenheim gewinnt 5-0 in Hamburg Bad Bochum hat 4-1 in Dortmund gewonnen? Ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft sprechen Digga, das lese ich mir gar nicht durch Ich spiele aktuell so scheiße Du hast mit mir hier gar nicht zu reden Du hast mit mir hier gar nicht zu reden Absolut gar nicht Hast du mit mir zu reden? Gegen wen spielen wir? Eindhoven Guckst du dir an Guckst du dir an Warum gibt es Unruhe bei Schalke? Weil sie kacke sind Weil sie kacke sind Verstehst du was ich meine? Weil sie scheiße sind So, Emerson Royal 22 Millionen Der nächste Kopf der rollt Es rollen Köpfe Ich habe es angekündigt und es wird so gemacht Mords macht eine Wette Ich spiele selber in München Es wird jetzt entweder ein Brustlöser oder ein Arsch Digga, jetzt geht es sogar Lass mich runter, Chat Ist das traurig Jetzt geht es sogar Lass mich schon runter Weil er 32 ist Es ist so bitter Jetzt ist sogar Lass mich von seiner 82 runter Rammel raus Transferphase verpennt Und den Kader nicht verbessert Dafür den besten Spieler der Welt Für den überteuersten Stürmer Der keinen Schornteil trifft Abgegeben Wenn man davon Was man davon hat Sieht man jetzt aus der Champions League raus Und mehr als 10 Punkte hinter Platz 1 Ich gebe dir vollkommen recht Also ich meine es komplett ernst Chat Es ist komisch was der Kader macht Aber das ist 100% meinen wir Die Saison habe ich 100% an die Wahn gefahren 100% Die Transferperiode Aber da sage ich euch auch ehrlich Da habe ich mich von mich selber Und auch leider vom Chat blenden lassen Weil es war Vollkommen irrational dämlich Das ganze Geld In einen Spieler raus zu hauen Wenn du den Kader auf 5, 6, 7 Positionen verbessern musst Völlig dämlich gewesen Wirklich Völlig dämlich Aber das ist wenn man Beim Transfermarkt Nicht mit dem Kopf arbeitet Sondern mit dem Herz Und dann kriegst du genau das Das ist echt dumm Guck mal der einzige der sich hält Mit 34 ist Orian Der wird sogar die Saison wahrscheinlich Auf dem 89er Rating zu Ende spielen Ja bitter Aber ich sehe gar nicht das Problem So heftig bei Top Der wird glaube ich sogar auch Ganz stabile Statistiken haben Bundesliga Top 8 Tore 15 Spieler Kannst nicht sagen Das ist nicht krass gut Aber das ist halt auch nicht scheiße Kannste nichts gegen sagen Aber wir werden im Winter Auf jeden Fall Wir müssen komplett hoch rein Und ich überlege Ob ich hier reingehe Florian Wirz Und dann Almada vielleicht doch auf dem rechten Flügel Loll Hey ich will das selber spielen Ey nein 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 Ich will selber spielen Oh man Äh ja Bayern gegen Schalke Spieltag 16 Die Schalker Überhaupt nicht in Form Als amtierender Meister Die Bayern führen die Tabelle souverän an Und Malik Chauderec mit nem Bock Gegen Jamal Musiala Mosiala Mosiala Die Schalker Probleme Sie nehmen kein Ende Aber Simon passt fürs Erste auf Boah Davis Einmal Katze und Maul spielen mit Malik Chau Linus Richter Wartet auf den richtigen Moment Für Kick in Top Und der kann jetzt Einiges wieder gut machen Aber es ist der zweite Alu-Treffer Für Schalke 04 Das Chancenverwertungsproblem Es zieht sich durch wie ein Kaugummi Durch die Schalker Saison Mosiala Mosiala Sangaré 1-0 München Und die Bayern sind heiß-kalt Sangaré trifft für den Rekordmeister Und die Schalker Stehen vor Einer richtig dicken Hypothek In dieser Rückrunde In dieser Hinrunde Und die werden sie natürlich mit in die Rückrunde reinnehmen Wären es 19 Punkte Abstand zum Rekordmeister Wie soll das noch was werden Ich glaube die Meisterschaft Ist hier und heute entschieden Mosiala Freistoß München Das ist ein Ding für Nico Williams Oder Jeremy Pino Williams Über die Mauer Und die Bayern sind die Bayern 2-0 für den Rekordmeister Schalke geht in München Baden Nico Williams Aus 22 Metern Simon ohne Chance Ob die Bayern marschieren Beeindruckend Richtung Titel Richter Gute Idee für Aujan Richter Anschluss Schalke Aus dem Nichts Die Mannschaft lebt Sie lebt Sie lebt Ey Eli Dankeschön Dankeschön für den Raid mein Lieber Danke, danke, danke Den Raid absolut in den riesigen Bruch rein Ey, vielen, vielen Dank man Ruedraogo Super Ball Auf Kick in Top Super Mitnahme Kick in Top Und der schießt ihn vorbei Es ist bezeichnend für diese Schalker Saison Richter Guter Ball auf Kick in Top Kick in Top Gegen Ray Und Schalke kommt zurück im Topspiel Und jetzt belohnt er sich Kick in Top Der zweifache Champions League Sieger Und Rekordtransfer Und Rammel darf durchatmen Und geht da jetzt vielleicht sogar mehr Weil die Bayern bleiben dran Davies Gegen Matricciani Gegen Chau Davies Matricciani holt sich den zurück Uedraogo Almada Nächster Konter Schalke Almada Überragender Ball mit dem Außenriss Auf Kick in Top Kick in Top Und wieder das Aluminium Es ist ein überragendes Fußballspiel Beide Mannschaften Beide Mannschaften wollen den Sieg Schalke hat die größeren Chancen Aber vergibt kläglich Sangaré der Torschütze Tchau gewinnt Tchau gewinnt Mann im Zweikampf Ist der heute Weihnachten Almada Und Meier Und nächster Angriff Schalke Meier Immer noch Meier Immer noch Meier Meier Die 85. Minute läuft Davies Davies bringt ihn in die Mitte Musiala Uedraogo kriegt den Fuß nicht dazwischen Und die Bayern Ich habe einen Controller wegen Karrieremodus Top Kick in Top Und Schalke ist wieder da Und das ist einer für die Moral Nein, 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 nein Das machst du jetzt nicht mit mir Nein, 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 nein Das machst du jetzt nicht mit mir Nimm das 3-3, Digga Nimm das 3-3 Und lass mich leben Digga, diese Wie kann man da denn 3-3 spielen? Ich habe 800-prozentige Chancen Was soll ich jetzt über Kick in Top erzählen? Tolle Leistung Top Leistung 16 Punkte dahinter 16 Punkte Köln ist dritter, Bochum ist vierter Ach, und wir spielen jetzt gegen Köln Und ich muss mit diesen Schwänzen vor der Presse reden Ja, klar Haben wir uns auf Köln vorbereitet Ich sage es dir ganz ehrlich Wir haben ein Däumchen gedreht Uns ab und zu einen runter geholt Kekswichsen gemacht Matchplan gibt es nicht Der ist Aue, Jan und Jaller Ja, und so gehen wir heute rein Ich bin gespannt wie ein Bettler Jaaaah Könen, okay Die sind dritter Das ist gut Weiter machen, weitermachen Das ist gut Wir machen ein gutes Spiel Chat, wir machen ein gutes Spiel Die ist ein dritter Es ist ein verdammt gutes Spiel Guck dir das mal an Was geht denn ab? Okay Alles klashen Wow Okay Das ist Ey Also jetzt sind wir an dem Punkt Wo ich sage Das ist übertrieben strong gegen den Dritten Das ist übertrieben strong Und die Energie Genau diese Energie Müssen wir mitnehmen in die Rückrunde Genau das müssen wir mitnehmen in die Rückrunde Genau so in der Rückrunde weitermachen Werden wir halt nicht Meister Aber ich will meine Amtszeit bei Schalke 04 Vernünftig zu Ende bringen Ey und wirklich falls es gerade unten Untergegangen ist Wirklich herzlich willkommen an E.D. seine Community Vielen vielen Dank für den Raid Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht checken Was hier gerade abgeht Ich spiele Schalke Karriere Saison 9 Wir sind amtierender Meister Sind Tabellenneunter Aus der Champions League Gruppenphase rausgeflogen Komplett im Loch Frag mich nicht warum Das ganze Team ist auf einmal scheiße Ganz ganz eigenartig Ja zu Null können wir halt leider nicht Das ist halt so ein Ding So jetzt ist Winter Transferperiode Halleluja Bayern München wird hundertprozentig Meister Hundertprozentig Die rasieren diese komplette Liga durch Die einzigen die da leicht gefährlich werden könnten Ist Bayern 04 Leverkusen Und das kannst du keinem erzählen Wir beenden die Hinrunde auf einem Champions League Platz Aber mal noch 12 Punkte Abstand auf den zweiten Leverkusen und Bayern dominieren da alles weg Wahnsinn Fun Fact wir haben sogar gegen die beiden Unentschieden gespielt Dortmund auf der Acht Krass Aber Champions League Platz zur Hinrunde Ist doch auch mal was schönes Aber der Rückrundenauftakt ist gegen Leipzig Und jetzt muss Meter gemacht werden Erstmal immer so ein Real geht für 22 Millionen zur Roma Ich hab gesagt letzte Saison und irgendwann müssen wir loslassen Digga Das ist ein geiles Projekt Das macht unfassbar viel Spaß Wir haben das jetzt über zwei Monate gestreamt Aber ich habe noch nie neun Saisons gemacht Bei einer Karriere Ich hab sonst immer maximal 6-7 Saisons Das ist komplett gestört Und am Dienstag fühle mich das erste Mal IAFC Morgen ist Show Ich kann keine weitere Saison machen Irgendwann muss man auch loslassen Die Frage ist jetzt Wie verabschieden wir uns In unserer letzten Saison Frohes neues Jahr Vielleicht ist ja das Jahr 2031 unser Freund Jetzt werden erstmal ganz viele Spieler gehen Elmerson Royale verkauft Adams verkauft Krüger verkauft Perrin verkauft Wood verkauft Jansen verkauft Keller verkauft Auf einmal ist der Kader sehr sehr klein Könnte meinen das ist mein Schwanz So Äh Also Wir brauchen Zwei neue Außenverteidiger Backup Wir brauchen Innenverteidiger Stammspieler Wir brauchen Flügel- oder Stürmer-Stammspieler Ich weiß noch nicht ganz genau was ich mach Entweder spielen wir 4-4-2 Oder 4-3-3 die vierte Ja Bastoni ist der Call Ich hoffe Max Eberl hat vergessen Dass ich ihm Leipzig Tags gegeben hab Gebt mir bitte jetzt keine Schalke-Tags Holy Shit Okay 10 Millionen unter Marktwert We cooking Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Das ist big Das ist big Und es tut mir sehr leid für Malik Chau Aber das muss sein Das muss sein Und wir schwächen noch einen direkten Konkurrenten Das ist sehr stark Aber Malik muss auf die Bank Der hat so eine brutal schlechte Hinrunde gespielt Gehalt auch vollkommen in Ordnung Let's go Here we go Bastoni Zum FC Schalke 04 70 Millionen Wir haben immer noch 140 auf der Kante Ich werde aber erstmal bei Viper nachhorschen Weil ich will den Herausforderer für Kekke haben Can Uso und es tut mir leid Aber da sind wirklich unsere Ansprüche mittlerweile einen Tacken weiter Ich will wissen was die für Viper haben wollen Okay der war meint Ah Molero können wir gar nicht kaufen Schade 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 Dann wäre Nusa eigentlich ein krasser Call Fresneda Als Herausforderer für Henning Rechts Weil ich weiß nicht ob das so viel Sinn macht So viel Kohle in die Rechtsverteidigerposition zu pölen Ey Rensch ist aber geil Von Sevilla Ich gehe bei Rensch rein Der kann rechts und links stocken Das ist super Für beide Seiten den Backup Das ist ein smartes Ding Das ist ein smartes Ding Also ich horch mal nach Ich will wissen was sie haben wollen Ja zu viel für ein Backup Zu viel für ein Backup Viel zu viel für ein Backup Direkt raus Lass uns lieber erstmal die Mainposition machen Aber das ist auch so so schwer Ist halt gerade erst gewechselt Aber wir könnten ihn holen Aber das wäre ein Big Deal Das wäre ein ganz dickes Ding Das wäre ein ganz dickes Ding Mathis Tell 80 Millionen mal reinbiegen Ja Doppelsturm Wir werden es machen Mathis Tell 90 Millionen 90 Millionen Mathis Tell Wir machen Meter Big W Gisela Ich brauche wahrscheinlich ein letztes Mal Zwei Erdbeertörtchen Ein letztes Mal meine Dame Zwei Erdbeertörtchen für Mathis Tell Rolle im Kader sporadisch Gibt immer Rotation mein Freund Fünf-Jahres-Vertrag Boni raus Bisschen mehr Grundgehalt Und Mathis Tell wird Schalker Mathis Tell Schalke 04 Here we go Und damit steht Der Doppelsturm für die Rückrunde Und da kommt er Und da kommt er Unser neuer Star-Transfer Mathis Tell Ja ich wollte gerade sagen in die Bundesliga Da kommt er von Stuttgart Geiles Ding Geiles, geiles, geiles Ding Das ist ein schwieriger Moment Aber da müsst ihr jetzt alle mit mir zusammen durch Wir brauchen Ein Außenverteidiger-Backup Eigentlich nur noch Ja Miretti für Wodraogo machen wir gleich Wenn er wieder fit ist Digga Der Grind ist komplett da Aber ich habe die Karriere an die Wand gefahren Rentsch ausprobieren Boah der wäre so wichtig Weil der für beide Seiten kann Egal Ich werde es machen Ich werde es machen Bei 50 Millionen treffen wir uns Mein Lebenswerk ist in Gefahr Rammels Lebenswerk ist in Gefahr Rentsch wird Schalker Haben wir noch ein Backup Für beide Flügelverteidigerseiten Das ist sehr gut Das ist sehr sehr gut Gisela ich brauche zwei Erdbeer-Törtchen Gehalt Kriegst was angemessenes Let's go Rentsch ist Der nächste Neuzugang des Winters Ich finde wir haben Sehr gut investiert Und endlich mal eine Transferphase hingelegt Wo wir nicht Kurz vor knapp irgendwas geholt haben Damit kann man jetzt wirklich arbeiten Damit kann man jetzt wirklich arbeiten Guck mal wie gut wir jetzt in der Breite aufgestellt sind Wenn die Transfers jetzt fruchten Sehe ich uns gut aufgestellt Ohne Spaß Ich sehe uns tatsächlich gut aufgestellt Jett Männer Zeigt aus was für einem Holz hier geschnitzt seid Zeigt aus was für einem Holz hier geschnitzt seid Zeigt es einfach Zeigt es der ganzen Welt Zeigt es der ganzen Welt Mattes Zell Neuzugang Und Grafenberg neu bei RB Leipzig Mit der Rücknummer 7 Rückrundenbeginn auf Schalke Der Tabellenviertel Trifft Auf Rasenball Sport Leipzig Es ist ein Top-Duell in der Fußball-Bundesliga Und die Nordkurve Hat Necorio vorbereitet Stellt sich Hinter Rüdiger Rammel Der in seine 9. Saison Bei den Königsblauen geht Die Schalker Mit der Hinrunde Zung vergessen Man hatte Meisterschaftsambitionen Man hatte Ambitionen In der Champions League Die Realität Sieht folgendermaßen aus In der Liga hat man sich Am 17. Spieltag Mit einem 3 zu 0 Gegen die Kölner Auf Rang 4 vorgearbeitet Liegt aber 12 Punkte Hinter Tabellen Zweiten Bayer 04 Leverkusen Und über 15 Punkte Hinter Dem amtierenden Vizemeister Dem FC Bayern München Also kein gutes Jahr Für den Titelverteidiger In der Liga Aber die Neuzugänge Die sollen es richten Rüdiger Rammel Und die Schalker Waren aktiv Auf dem Transfermarkt Und wir sehen es direkt Es ist ein Doppelsturm Matissell neu VfB Stuttgart gekommen Und Bastoni Der gibt Sein Debüt Ausgerechnet Gegen seinen ehemaligen Verein Gegen Rasenballsport Leipzig Und auch da Steht Ein Neuzugang Direkt In der Startelf Ryan Gravenberg Für viel Geld gekommen Nach Leipzig Und natürlich Wir haben es hier Mit einer deutschen Topmannschaft zu tun Auch wenn die Leipziger Ähnlich wie die Schalker Dieses Jahr Unter den eigenen Erwartungen Zurückgeblieben sind Wir freuen uns Auf 90 Minuten Fußball In der ausverkauften Felddienst Arena Schalke muss es richten Und Leipzig Muss auch punkten Das Spiel ist eröffnet Leipzig beginnt Von rechts nach links Gravenberg Stark gemacht Und Bastoni Gegen die alten Jungs Super Zweikampf Und wieder Bastoni Sehr gutes Debüt Aber Ojan Mit einem Fehler Und die Leipziger Nutzen das Thomas Ojan Mit einem dicken Schnitzer Und Leipzig führt Durch Eilin Junior Weil Ivan Nilsson Wach bleibt Und das erste Saisontor Oh Ojan Sieht wieder schlecht aus Was ist nur mit Ojan los Aber Simon rettet Für Schalke Matissell Super Aktion Ojan Miretti Super Auf Almada Almada Super Super Bewegung Und Schalke Ist wieder da Thiago Almada Einer der Lichtblicke Aus der Hinrunde Und der Argentinier Mit einer starken Einzelleistung Thiago Almada Und schon ist das Stadion Wieder da Miretti und Almada Einer der wenigen Konstanten Schalke Aus der Hinrunde Im Verbund Und dann Almada Mit viel Präzision Und da kann Marmada Schwede nichts machen Leipziger Beine Noch dazwischen Aber Schalke Kehrt zurück Richter Gutes Auge Für Kike Top Gegen Berardi Top In der Mitte Läuft Matissell mit Und das ist die Schalker Sturmkombi Bei seinem Debüt Und Rüdiger Rammel Beilt die Fäuste Matissell Mit seinem ersten Tor Für die Schalker Ja und Aujan Holt sich das Selbstbewusstsein Zurück Starke Aktion Vom Holländer Aujan Linus Richter Guter Ball Auf Matissell Gravenbes Schlechter Ball Miretti Klerz Almada mit Tell Und Almada mit Tempo Thiago Almada Immer noch Almada Immer noch Almada Almada Ball kommt zu Top Und dann ist es ein kurioses Tor Aber das wird Kike Top Komplett egal sein Zwölfter Saisontreffer Kike Top Und Schalke Meldet sich ein bisschen Zurück in der Bundesliga Das ist ein überzeugender Auftritt hier Nach Rückstand Almada mit Glück Aber Kike Top Steht da Wo ein Sturm Erstehen muss 57. Und der Doppelsturm Er trägt Früchte Thüram Kontermöglichkeit Und den Platz Darfst du Kike Top Nicht geben Den Platz Darfst du Kike Top Nicht geben 4-1 Die Leipziger Treten die Dosen Aus dem Stadion Doppelpack Kike Top Und jetzt ist der Deckel drauf Wahnsinns Ball von Thüram Wahnsinns Ball von Kike Top Der kommt da mit so viel Bucht Das macht man das Spiel Gar nicht weiß Weil der da rauskommt Und in dem Moment Wo er überlegt Ist Kike Top Drei Gedankenschritte weiter Ballrolle nach rechts Schiebt ihn in die Ecke Und Schalke tankt Frische Energie In dieser Bundesliga Saison Ist das ein Start In ein gutes Neues Jahr 2031 Und Leipzig kommt nochmal 4 zu 2 Durch Busche Karl Mayer Gewinnt den Zweikampf nicht Leipzig hat 8 Minuten Rentsch Super Zweikampf Vom Neuzugang Und ein super Ball Auf Almada Hinterher Almada Konter für die Schalker Um den Sack zuzumachen Almada Auf Matissell Und dieser Doppelsturm Tell und Top Der macht Spaß Und hätte heute sogar Mehr Tore erzielen können Uedraogo Richter Nicht das Fünfte Und dann ist das Spiel vorbei Schalke mit einem Überzeugenden Rückrundenauftakt Hätte sogar höher ausfallen können Sehr schön 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 Oh Bayern hat Unentschieden gespielt Sind dann noch 14 Punkte Gegen wen haben die denn Unentschieden gespielt? In Leverkusen Ja gut Nevermind Wir sind halt auch Zweiter Freiburg hält sich da einfach hartnäckig auf A3 Oh Chat Danach Dortmund im Pokal Leveling ist ein sehr guter Call Lass uns den einzüten Da machen wir auch kein Harakiri jetzt auf dem Transfermarkt Der passt auch ziemlich genau ins Budget 30 Millionen Ich glaube sowas in die Richtung haben wir auch Wir haben 35 Könnte klappen 30 glatt Boah 40 wollen die haben Das wird hart 32,5 Ich muss Enkeltrick probieren 37,1 Ich mache Weiterverkaufsgebühr hoch Ich habe die Kohle nicht Let's go Ey Wir haben die gescampt Enkeltrick 32 Millionen 25 Prozent Weiterverkaufsgebühr Ey der Mann ist 29 Da machst du keine großen Kohlen mehr mit Big Junge Und der kann rechter Flügel zocken Digga Das ist ein Das ist ein guter Transfer Das ist ein Steal Klappt das? Ja das klappt Rolle im Kader sporadisch Das ist auch mega Dann holt der auch nicht rum Chat Das ist mega Dann haben wir echt einen geilen Kader zusammen Junge Ey top Chat Klapp Klapp Geiles Transferfenster Wirklich ein geiles Transferfenster Nice one Jamie Leveling Schalke 04 Here we go Da ist er das erste Mal an der Geschäftsstelle Komm rein Junge Nice 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 Ich bin sehr zufrieden Boah ich hoffe Tell und Top funktionieren Das Doppel T da vorne Frauen hätten gerne Doppel D Männer wollen gerne Doppel T Tell und Top Junge 17 hat der ja bei Fürth Gutes Ding Rein da Komm schon Doppel T Bin echt gespannt jetzt Super Ball Tell Schade Gut gespielt Matis Tell Digga Almada ist ein verf***ter Baller Das ist ja geisteskrank Habt ihr das gesehen? Boah ist Almada am kochen Und Tell aber auch direkt Boah ist das geil Boah ist das geil Das funktioniert Top auf Almada Was ein Ball Linus Richter Schade Geil Alter Das sieht richtig gut aus Und Frankfurt ist sechster Das ist keine Karnevalsgruppe hier Fairerweise ist es brutal gespielt von Frankfurt Fairerweise ist das brutal gespielt von Frankfurt Ist brutal gespielt Egal jetzt nicht den 2-0 Fluch wieder hier 2-0 Führung verspielt Junge Und jetzt Pokal in Dortmund Und dann Bayern in der Liga Er leckt mich doch am Sack Die Saison wäre halt gar nicht mal so scheiße Hätten wir nicht so viele Unentschieden Grüßes Mann Es sind nur die verdammten Unentschieden Tordifferenz geht klar Gegentore ist ein bisschen mehr als sonst Aber es geht auch noch klar Tore an sich Wir sind die drittbeste Offensive der Liga Es ist alles in Ordnung Wir haben halt nur Streich mal Mach mal 5 Unentschieden weg Und rechne die als Siege Da hast du 40 Punkte Und dann ist alles in Ordnung Ich werde vielleicht reingehen Ich weiß nicht Das guck's mir mal an Bei der Liga haben wir die 3-0 weggeputzt Und da wäre es fast passiert Ich hab eine Idee Ich packe Top nach rechts Und Leveling nach links Damit Top die Aue ja in Flanken kriegen kann Das ist die Idee Schön Guter Versuch Weiter Guter Versuch Weitermachen Egal Was? Wie geht der nicht rein? Wie kann der nicht reingehen? Egal Das ist kein schlechtes Spiel von uns Kannst du es hier nicht aussenken Letzter Angriff Eine Minute oben drauf Henning geht nochmal Im Schnee von Dortmund Henning Matriciani Aymada 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 Ich hab alle meine Nachbarn geweckt Digga Henning Matriciani Henning Matriciani Und wir gehen in die Verlängerung Digga Wie konnte das funktionieren? In der letzten Sekunde Ach du Scheiße Und jetzt die Energie mitnehmen In Dortmund Was passiert hier? Keke Top 1, 2 Digga Und jetzt park den Bus da hinten Park den Bus da hinten Park den scheiß Bus da hinten Es ist so ruhig gerade im Westfalenstadion Ich hör nix Nein Digga Keke Top Du verf*** Nochmal geile Sau Du verf*** Geile Sau Keke Top Linus Richter Mit dem 1 zu 3 Aus Aus Das Spiel ist aus Wir sind im Pokal Halbfinale Ich glaub's ja wohl nicht Ich glaub es ja wohl nicht Leverkusen Köln Augsburg sind weiter noch Digga City Sane Du spielst nicht auf einmal Random gegen Dortmund Ey Chat mal bitte Alle Gesammelt Henning Matriciani Emotes hier rein Er hat uns gerettet Henning Gautriciani Den möchte ich hier auch nochmal Auf der Pressekonferenz loben Ja Henning Gautriciani Henning Gautriciani Wo sind meine Henning Emotes? Letztes Spiel waren 3-3 Wir geben alles Digga Wenn wir jetzt gewinnen Ist es ein Riesenschritt Wir werden siegen So Kampfansage Rüdiger Rammel wieder mit Kampfansagen Ist das der alte Rammel? Fragezeichen Wir sind 15 Punkte hinter denen Das ist eine andere Sache Aber wir haben Ex-Bayern Spieler Mathis Zelp Und du zeigst denen jetzt Dass du ein verdammter Macher bist Dasselbe spielen ist ja so unfassbar Digga Wie oft soll ich das noch sagen? Ich hab dreimal selber gespielt Dreimal im Pokalfinale verloren Ich hab heute selber gespielt Hab gegen Bayern auf die Fresse bekommen 3-3 Wegen mir Weil ich selber gespielt hab Sind wir in der Euroleague Bruder Wegen mir Weil ich zwei Gegentore geschluckt hab Mal gewinnst du Wenn du selber spielst Noch in der 90sten Mal geh ich in der 80sten Rein gegen Salzburg Und kassier zwei Dinger Ich weiß nicht was es immer soll Das gelabert Wer es nicht gefällt Muss einfach abschalten Aber das ist immer so nervig Ich cheate in meinem Karrieremodus Digga Wenn ich cheaten würde In meinem Karrieremodus Würde ich in der 4. Saison Die Champions League gewinnen Ich sitze hier in Saison 9 Und kämpfe darum International irgendwo was zu reißen Digga laber mich doch nicht voll ey Warum macht man denn immer so negative Vibes Das fuckt mich richtig ab War nicht böse gemein Schreibt doch so ne Scheiße nicht rein So dumm Ehrlich So rein hier Das muss ja noch mal gesagt werden So Topspiel Eins gegen drei Äh äh so ja Tabelle Keke Keke Almada Keke Macht doch eine alleine Was geht ab Was geht ab Tiago Almada Wir führen gegen die Bayern Was geht ab Digga Almada hat uns ja so heftig im Rucksack Das ist ja nicht mehr normal Wir spielen ein überragendes Spiel gegen die Bayern Simon Sicherheit reinbringen Halbzeit Starke Spieljungs Starke Spieljungs Boah ich glaube die Systemumstellung war es vielleicht ehrlich Schön war es Toni Und jetzt Gehe 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 Richter Nein Zehn Minuten noch Geht zur Eckfahne Geht zur Eckfahne Ja genau so Genau so Aus Aus Das Spiel ist aus In einer Woche Dortmund und die Bayern gesiegt Junge Und da sind wir wieder Da sind wir wieder Und die Bayern sind nur noch Zweiter Und Leverkusen hat ein Spiel weniger Digga Jetzt mal steht Leverkusen da komplett weg oder was Nejo Jetzt hat Leverkusen 15 vor Oh Digga ist das krass Juge 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 Jetzt dreht Leverkusen komplett durch Nur noch 12 Punkte Ey Darüber reden wir gar nicht Ich will den Verein einfach auf den Champions League Platz abgeben Ich will mein Traineramt auf den Champions League Platz niederlegen Der Rest ist Bonus So Aston darf ran Für Miretti Der hat mir nicht so gefallen Der Rest passt erstmal So Jetzt in Augsburg weitermachen Okay Weitermachen in Augsburg Sehr sehr stark in den Zweikämpfen unterwegs Matis Tell auf Keke Top Es ist ein Träumchen Matis Tell und Keke Top harmonieren zusammen Es ist so schön Es ist so schön Digga Keke Top Tschüss Tschüss Das war krass Okay Das war krass Das war krass Das war sehr krass Rechtzeitig für K.O. Rechtzeitig für K.O. Phase EuroLeague Rechtzeitig in der wichtigen Phase der Saison Wo es um den DFB Pokal geht Wo wir immer noch in der EuroLeague drin sind Sehr schön Das war wirklich ein gutes Spiel von uns Sehr unaufgeregt Sehr klar auch Ja ein, zwei Tore höher sein können Aber Sieht echt gut aus Simon stark Defensiv Gute Stabilität drin Echt zufrieden Und Usum geht nochmal Geiles Ding Gian Usum Geiles Ding Auch noch da 0-3 Schön Alter Schönes Ding Schön, dass auf dich immer noch Verlass ist Geiles Ding Geiles Ding Leverkusen mit einem Unentschieden gegen die Mainzer Mainzer Damit ist Bayern wieder Tabellenführer, glaube ich Guck mal, das sieht doch schon wieder sehr gut aus 13 Punkte hinter Leverkusen 11 hinter Bayern Aber 3 vor Frankfurt und Leipzig Schön Dortmund auf der 10, Digga Die sind ja wirklich krass im Loch Die sind ja wirklich krass im Loch gerade Bochum hat wieder gegen Dortmund gewonnen Die haben schon in der Hinrunde 4-1 gegen die gewonnen Mots macht eine Wette Kommen wir gegen Eindhoven weiter Ja, nein Hinspiel simuliere ich Rückspiel spiele ich vielleicht selber Je nachdem Ich gehe mal ganz kurz pissen Mots kurze Wette machen Kommen wir weiter gegen Eindhoven Ja, nein Guck die Wache-Truppe mal an Wie sie alle fit sind Guck dir das mal an Wie sie alle da sind Schön in Eindhoven Machen wir weg EuroLeague ist unser Wettbewerb Den haben wir zweimal gewonnen Männer Reaktion zeigen oder so Digga, was hat denn der für ein Alu-Pech Was hat denn der für ein brutales Aluminium-Pech Das ist sehr schwer Wir betteln hier um das zweite gerade Eieieieiei Ja, Matissell Junge Gammeltor ist mir scheißegal Matissell Big W diese Verpflichtung Ganz dickes W Die Mannschaft hat so Charakter Die hat so Charakter Die Mannschaft ist so Back in the business Das kannst du dir nicht vorstellen Die sind so back wie englische Rücken Let's fucking go, Alter Hinspiel in Eindhoven gewonnen Wir haben einen Run gerade Der ist richtig gut Wir haben einen richtig guten Run Keke top by the way Auf dem Weg zum Top-Torjäger 15 Hütten Almada 9 Almada hat 15 Scorer 9 Tore, 6 Vorlagen Top hat 20 Scorer Gar, ich vertraue der Truppe Auch wenn es bei Mainz ist Bei uns ist es ein bisschen Kryptonit Ich will nicht wieder gemeinzert werden Ja, Matissell hat da komplett was gegen So ein geiler Typ So eine geile Verpflichtung Matissell So eine geile Verpflichtung Ey, Chad Was für eine Verpflichtung war das bitte im Winter Hat sich ja jetzt schon ausgezahlt Der Mann ist ja komplett da Ich werde nie diese langen Abstöße verstehen Warum die die nicht einfach kurz rausspielen, wenn es geht Ich werde diese langen Drecksabstöße nie verstehen Ich werde sie nie verstehen Ich werde sie nie verstehen Diese langen Scheißabstöße Und jetzt muss ich mir wieder die Torhymne von Mainz fucking 05 reinziehen Ich kann nicht mehr Gott bewahre Danke Danke War es wieder Vorlage Tell? Linus Richter Wo sind sie? Ich hör nichts Mainzer Mainzer Wo sind sie die Mainzer? Hör ich nichts Es ist so schön Wenn es funktioniert Es ist so schön Linus Richter ist auch zurück in Form Torenvorlage Keke trifft auch 16. Saisontreffer Es ist so schön Und ich hör gar nichts von Mainz Ich hör nix In der Mewa Arena Hört ihr da irgendwas? Hört ihr da Mainzer? Mainzer? Nein, 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 nein Der ist auch auf den Mond gelandet, glaube ich Ich glaube, das ist der Das ist der Neil Armstrong, der auf den Mond war, oder? Naja, dachte ich mir schon Die haben nämlich alles in Mainz, Digga Naja, dachte ich mir Oh, es geht schon wieder los Mainzer Ich kann es nicht mehr 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 Aaaaaah 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 Hört ihr das, was ich höre? Keke, bitte Keke, bitte Du bist frei vom Tor, Keke Du bist frei vom Tor, Keke Ich darf gar nicht mehr eingreifen Ich gehe nie wieder an diesen Controller ran Linus Richter, Digga Oh nein, oh nein Ja, ich gehe nie wieder an den Controller 3 zu 5 Ich gehe nie wieder an den Controller Nie wieder Keke mit dem Doppelpack Oh Junge, was ein Spiel Jawoll Junge Lebeling mit dem 3 zu 6 Keke mit Torenvorlage Was ein wildes Spiel Kurz 9 Tore gefallen, alles gut 3 zu 1 geführt 3 zu 3, 6 zu 3 Alles entspannt, alles entspannt Die Offensive läuft Es ist doch alles im Lot Es ist doch alles entspannt Wir haben eine Winstreak, es ist alles super Wer meldet sich? Almada Ja, ich hab dich nicht vergessen Als du verletzt warst Ich weiß, wie wichtig du für die Mannschaft bist Digga, ich soll Ich hab ihn seit 4 Monaten nicht auf rechten Flügel umgeformt Warum sagt denn keiner Bescheid? Boah, wir haben aber ein chilliges Los bekommen im Halbfinale Also kein Disrespect, aber Zuhause, Halbfinale und gegen Köln Ist auf jeden Fall besser als auswärts in Leverkusen Das ist gut Das ist ein sehr gutes Los fürs Pokal-Halbfinale In der Liga halten wir ganz wacker unseren dritten Tabellenplatz Digga, wir haben halt erst 3 Spiele verloren Aber es fühlt sich an, als hätten wir 10 Spiele verloren Wegen diesen ganzen Unentschieden By the way, Frankfurt genau das gleiche Problem Bei Leipzig nicht Die haben nur 3 Monate gegen gespielt Entweder gewinnen die oder die verlieren So Aber ich traue der Truppe so viel zu aktuell Die sind so da Malik darf mal wieder ran Ganz schöne Sache hier Für den Bastoni Der auch bei Rumor immer unzufrieden ist Keiner weiß Und Ja, ich kann hier nicht anfangen Spieler zu schonen Wir machen es so Guck mal, jetzt hier einfach Souverän auftreten Wir haben das Hinspiel gewonnen Wir sind gerade auf einer Winstreak Mathis Telles am Ballen So, alles gut Penalty Ich weiß nicht wofür Und ich gebe Keke den Ball Keke kriegt den Ball Gegen Molina Kann ein sehr wichtiges Ding werden Fürs Weiterkommen Keke Top gegen Molina Und Souverän mit dem Lupfer Keke Top Und Und den Gritty hinterher Und der Mann ist zurück in Form Top-Norjäger der Bundesliga Und jetzt auch in der Euroleague Unterwegs Der zweimalere Champions-League-Sieger Mit dem freichen Lupfer Gegen Molina Und Schalke mit einem Riesensprung Richtung nächste Runde Geil, Alter Geil, Alter Oh ja Oh ja Boah, hat der den reingeschraubt Oh ja, Digga Minus Richter Chat Es ist Wir dürfen jetzt gar nicht anfangen Zu sagen Oh, wie traurig das ist Stell mal vor Wir hatten in der Hinrunde Auch schon so performt Alles hat seine Zeit Und es geht einfach nur darum Dass Rüdiger Rammel Sich mit einem guten Gefühl Von den alten Jungs hier verabschiedet Wir sind auf großer Rüdiger Rammel Abschiedstournee Bing-Bong Ist das geil Es ist die große Rüdiger Rammel Abschiedstournee Und wir haben die Chance Diese Saison noch richtig schön Zu Ende zu bringen Und ich glaube Wir tun gerade gut daran Das zu machen Und die Fans sind auch begeistert Junge Wenn die so einen Fußball Auf einmal wieder sehen Das ist ja einfach nur schön Checkt ihr? Ne? Oh, Almada Oh, Bing-Bong Boah, was ein Spiel, Junge Oh, werden die auseinandergeschraubt Das ist so balsam für die Seele Was sagt die Fitness? Almada, Tell und Top können runter Boah, ich glaube, Keke will vorher noch Nedrick Oh, der Tell macht noch eins TK 5-0 Mathis Tell Ebenfalls mit dem Doppelpack Tell und Top Beide mit zwei Hütten Hat sich da ein Traumdu gefunden, Junge Ah, es ist viel zu schön, um wahr zu sein Es ist viel zu schön, um wahr zu sein Wirklich Boah, Chad, clap, bitte Bitte einmal gesammelt, clap Ey, Wahnsinn Wahnsinn So, schön die Zwischenrunde überstanden Trainer des Monats Rebecca Pompey Dankeschön Danke, Rebecca Oh, Schalke mit Losglück Gegen wen müssen wir? Warte mal Da ist ja ein Losglück Lazio ist Losglück Willst du mich f***en, oder was? Da ist ein Brett Lazio Losglück Simon zufrieden bei Schalke Ciao zufrieden bei Schalke Tell mit mehr einsetzen als gedacht So, jetzt Gladbach zu Hause Denker, die Mannschaft ist gerade da Ich trau denen gerade Gerade ist es der Moment Wo ich denen alles zutraue Ohne Spaß Ich trau denen alles zu Mach mal Allchat an Ist schon ein bisschen später 3 Uhr in der Nacht Können wir mal Allchat reinmachen Was geht, Boys and Girls Ich hoffe, ihr habt einen geilen Stream Na, bitte mal am Eingang Dennis melden Habt ihr es gehört? Ja, alles gut Ausgeglichenes Spiel Es läuft nicht super Aber wir haben eine gute Bank Wir haben hier so einen Astern auf der Bank sitzen Der dann auch mal kommen kann Alles entspannt Oh, fuck Erkennenkampf 0-1 Ich weiß nicht Ob ich hätte reingehen sollen Oh, Matricciani Und Linus Mach Meter für Keke 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 Nein Ich hab meinen eigenen Stream angemacht Der hier muss Keke Der Mann ist so da aktuell Keke Top, meine Damen und Herren Und da klatscht da der Ravl Da klatscht da der Ravl Und jetzt will er mehr Und jetzt will er mehr 13 Minuten auf der Uhr Oh, unkladbar verunsichert Guckst du dir an McKennie Top aus der Distanz Olschowski LKO, Jan Und alle wissen, was kommt Aoyan und Jalla Der Ball fliegt Zu Keke Top Es ist ein Traum Es ist ein Traum Der Königsblau ist Ein Königsblauer Traum Und das ist der Unterschied Zur Hinrunde Weil Schalke Moral beweist Weil Schalke sich ausopfert Aoyan und Jalla Keke Keke Top 19. Saisontreffer Schraubt sich hoch Überragender Kopfball Keke Top Dreht innerhalb von 10 Minuten Dieses Fußballspiel Und Matriciani Meier Der Holländer Schickt nochmal Matriciani Auf die Reise Matriciani Der sieht Keke Top Nicht zum dritten 90. läuft Kommt dann nochmal Für Gladbach Kommt dann nochmal Für Gladbach Und der wird gefährlich Aber Bastoni Gretz rein Heier haut ihn raus Und das Spiel Ist vorbei Wichtig Evacus mit dem Unentschieden in Frankfurt Junge Junge Ja Keke Top Held des Spiels Grandioser Auftritt Wir haben es drauf Wir sind aus guten Gründen Unbesiegt Das hatte mit Glück Nichts zu tun Wir sind einfach Eine gute Truppe Was für Glück Sehe ich nicht Wo soll denn das Glück sein Guck dir das an Top Erzählt Doppelpack Bester Vorlagengeber Linus Richter 10 Vorlagen Digga Das spielt jetzt hinten raus Echt eine gute Saison Oh fuck Oh fuck Dortmund Und dann Hamburg Und dann Lazio Und die Euroleague Was sagt denn die Tabelle Elf hinter Leverkusen Und Bayern Aber in den Titelkampf Werden wir nicht mehr Mit reingehen können Es geht für uns Einfach nur darum Den Verein Unter den Top 4 zu lassen Top 3 ist das Ziel Dass der Nachfolger Von Rüdiger Rammel Den Top 3 Verein übernimmt Pressekonferenz Vom Derby Digga Ich bin heiß Ich bin heiß Wir kämpfen bis zum Schluss Natürlich Wir sind der FC Schalke Wir werden auch Dortmund schlagen Guck mal Guck mal wie siegessicher Rüdiger Rammel Wieder auf den PKs ist Aber ey Die kochen auch noch mit Wasser Die haben auch international gespielt Die sind auch nicht ganz voll Strotzen auch nicht voller Fitness Wie krass ist das gespielt Bitte gerade Oh shit Was haben die da gerade kurz gespielt Zwar Tiki Taka Seine Urgroßmutter Aber egal Im Derby auch mal Eine Sense Da hätte es eine Sense gebraucht Gonzalo Ramos Aber nicht mit fucking Mathis Till Und Linus Richter Macht seine elfte Vorlage Die Saison Junge Schreib mir diese Mannschaft Nicht ab In der Rückrunde Schreib sie mir nicht ab Weil die sind Absolut on fire Und Keke Wenn du ein paar mehr Von den Hundertprozentigen Machen würdest Ist mir das alles scheißegal Wenn du die Bälle So gut auf Mathis Tell Auflegst Und das ist ein Big W Transfer gewesen Mathis Tell Bruder Ist das ein starker Transfer Alter Falter Junge 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 Hat sich das Geld Für den gezahlt Und Keke Nein Digga Keke Deine Chance Verwertung Wie kannst du Knapp 20 Bundesliga Tore haben Bei der Chancenverwertung Kannst du das mal sagen Du könntest ja 40 machen Und dann kriegst du Im Konter den Ausgleich Mann Keke Zwei Torschüsse Zwei Tore Wenn Keke Eine etwas bessere Chancenverwertung hatte Das ist echt krass Digga Was ist für ein Derby Und wie krass ist Mathis Tell Zwei Tore Eine Vorlage Im Derby Auf Lok Kennt der gar nichts Was sind das schon wieder Für ein Spiel Die Alter Digga Ich kann das alles nicht mehr Die haben Vier Torschüsse Die B***er Und eins haben wir Den geschenkt Also Simon Hat es geschenkt Der macht einfach Hedrick Und ich wechsle Hinaus Was fallen denn hier Für Tode Der macht einfach Derby Hedrick Der ist einfach 4-4 reloaded Was geht denn jetzt ab Oh nein Henning Oh nein Ich seh es kommen Ich seh es kommen Es ist die 90 Ich seh es kommen Ich seh es kommen Ich nehme es das 4-4 Einmal den klassischen Leverkusen und Bayern Sind sowieso weg Scheiß auf die Meisterschaft Ist eh weg Äh wirklich Aber diese anderen Peter Bosz Flashbacks So Und jetzt gegen Hamburg Zuhause Die sind Kryptonit Aber ich traue euch mal wieder eine schnelle zu Okay Ihr seid ein geiler Verein Ihr seid ein geiler Verein Sprecht mir alle nach Ihr seid ein geiler Verein Ihr seid ein geiler Verein Ihr seid ein geiler Verein Wunderbar Wunderbar Wenn es immer so laufen würde Hätten wir gar kein Problem Wir sind 15 Spiele ungeschlagen oder so Es ist alles geil Alles geil Schalke führt ungeschlagene Serie fort Wie viele Spiele in der Liga Das würde mich jetzt mal interessieren 14 Wenn halt nicht die Dummen unentschieden wären Egal Platz 3 ist eingebuchtet Da vorne Bayern und Leverkusen Die spielen ihre eigene Meisterschaft aus Das haben wir verkackt Aber wir haben die zweitbeste Offensive der Liga Ich kann mich da gar nicht beschweren Kannst du nix sagen Ist doch alles gar nicht mal so verkehrt Wo ich jetzt aber mal wirklich was sagen möchte Wirklich 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 Der Typ mausert sich jetzt so einem der besten Transfers In der ganzen Karriere Kai Nücher betrachtet das Keke leider schon ein bisschen flop Ja man täuscht sich da ein bisschen Man täuscht sich da ein bisschen Weil der halt viele große Chancen auch vergibt Aber all in all Steht da halt ein Spieler Der für uns in 37 Spielen 43 Score gemacht hat Und in der Bundesliga mehr Score als Spieler hat Und im Pokal mehr Score als Spieler hat Und in der Champions League Fünf Tore in sechs Spielen hat So EuroLeague Achtelfinal hinspielen Und es ist sehr sehr bitter Weil wir haben ein bisschen Lospech Weil Lazio ist schwierig Und wir spielen als erstes zu Hause Ich finde Heimspiel immer im Rückspiel geiler Aber wir müssen mit breiter Brust auftreten In der EuroLeague haben wir uns Sehr sehr gut präsentiert Gibt eigentlich gerade nichts zu ändern Wir gehen mit der ersten Garde rein Aber Lazio hat auch einen guten Kader Einen sehr sehr guten Kader Die haben Isaac vorne Ja der ist gefährlich Köksu auch sehr starker Spieler Super geholt von Keke den Ball Und Digga Das Tor Ist 100% Keke Top Holt sich den Ball zurück Und schließt dann ab Das war überragend von Keke Top Überragend Elf von zehn alles Überragend Keke Top Und das dann nochmal Digga Danke Und jetzt zeig es den ver***ten Hatern Zeig es den Hatern Dass du Keke Top bist Dass du ein Macher bist Und ein 95er Gesamtrating hast Zeig es den verschissenen Hatern Du bist ein König Junge Sehr 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 gutes Spiel von uns Ich versuche es mit roher Gewalt Oh Keke Mit dem Headtrick Und das muss es sein Und das muss es sein Was eine Vorstellung Ey gegen Lazio So ein Brettspiel So ein Brettspiel Ja da muss er halt auch zu Null spielen Das ist natürlich dumm Klassischer Fall von zu früh gefreut Jetzt ist doch noch nicht over fürs Rückspiel Jetzt nicht hinten raus Das Ding nochmal spannend machen Okay Geht noch ein Konter Trotzdem Das Gegentor am Ende bitter Aber Keke Top Masterclass Und sehr sehr große Schritte Richtung Viertelfinale Sehr 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 große Schritte In der Bundesliga geht es in Köln weiter Die sind neunter Die sind mittlerweile echt ein bisschen reingeschissen Ich traue der Truppe eine Schnelle zu Weil die gerade echt on fleek ist Matriciani hat getroffen 1-1 Ja ist in Ordnung Ist in Ordnung Hauptsache nicht verlieren Hauptsache nicht verlieren Das geht alles in Ordnung Meisterschaft Der Chat redet die ganze Zeit davon Du holst keine 10 Punkte auf Bayern und Leverkusen ein Oder 12 oder 13 Was es mittlerweile sind Das kannst du komplett knicken So hätten wir jetzt gewonnen Wären es halt trotzdem 11 auf Bayern 10 auf Leverkusen Was denkst du Wirst die da noch Punkte lassen Das kannst du komplett knicken Das haben wir in der Hinrunde verbockt Es geht jetzt einfach darum In der Bundesliga Weiter gut zu performen Und in der Euroleague Und in dem DFB-Pokal So weit wie möglich zu kommen Das ist der Plan Auf ins Viertelfinale Männer Obwohl wir durchrotiert haben Trotzdem eine richtig gute Truppe Auf dem Feld Und die haben auch direkt wieder Bock zu spielen Sehr schön Oh Keke Lass mich ihn machen Keke im Konter Keke im Konter Keke im Konter Nein Digga was lässt dieser Mann Das ist wunderschön gespielt Das ist wunderschön gespielt Jamie Leveling Und damit ist das Viertelfinale gebucht Da lege ich mich fest Also sehe ich nicht Wie wir hier noch drei kassieren Das muss das Viertelfinale sein Das ist der klassische gezogene Zahn Freistoß nochmal Ah und Lazio kommt nochmal Lazio kommt nochmal Haben die eine Täumende? Lazio Täumende Ah Lazio ist aber da Crap Chat TG ist Viertelfinale Völlig verdient Völlig verdient im Viertelfinale Mal gespannt wen wir kriegen Aber wirklich völlig verdient Freiburg Lol Freiburg Champions League Viertelfinale Auslosung Dortmund gegen Atletico Kopenhagen gegen Real Madrid City gegen PSG Juve Barca Das heißt Bayern ist schon geflogen Und das heißt City ist auch in der Euroleague geflogen Haben die Bayern veranstaltet Gegen Juve raus Leverkusen gegen City raus Digga was hat City gemacht? Digga City steht ja im Viertelfinale Ich hänge ja komplett Zwischenzeitlich war City Madrid da nur Ich habe gerade einen kompletten Hänger gehabt So Wolfsburg ist letzter Das ist ein Pflichtsieg Sag ich euch so wie es ist Da gibt es keine Ausreden Ja Miretti verschießt ein Elfer Aber Tell Top und Almada treffen Von daher scheißegal Pflichtaufgabe erfüllt Tell und Top wieder am Bollen Schöne Sache So Union Berlin Vorletzter Traue ich der Mannschaft zu Yes Sir 4 zu 0 Top und Tell wieder beide mit einem Treffer Geiles Ding Alter Geiles Ding Also Rückrunde ist echt super Da kannst du nichts gegen sagen Wenn man überlegt wo wir nach der Hinrunde standen Zwar auch auf Platz 4 Aber punktemäßig ist es ja wirklich ein ganz ganz anderes Ding Punktetechnisch Äh Schnittmäßig Ist halt echt verrückt Dass wir nur 3 Niederlagen haben Die 11 Unentschieden schallern halt so rein Die schallern halt wirklich brutal rein So Vorteil in der Euroleague Wir spielen das Viertelfinal Hinspiel auswärts Rückspiel ist zu Hause Digga sprich doch Deutsch Wir haben ein deutsches Duell In der Euroleague Und dann sprichst du nicht mal Deutsch Wahnsinn 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 Selbstvertrauen ist selbstverständlich Ja Weil wir Macher sind Aktuell gibt es hier nichts zu drehen Die erste Elf performt Da wird gar nichts gedreht Gutes Ergebnis mitnimmt Fürs Rückspiel Henning zumachen Das ist nicht zugemacht Digga das ist ähm Das ist gar nicht zugemacht Männer Konzentration Es geht um die Euroleague Konzentration bitte ok Ey komm Und der nächste Freiburger Konter Und der nächste Freiburger Konter Und der nächste Freiburger Konter Digga Christian Streich nimmt uns auseinander In seinem 80. Lebensjahr oder so Boah Das ist ne richtig dicke Hypothek Fürs Rückspiel Geh 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 Linus Das wird ein brutales Rückspiel Das wird brutal Und wir sind offiziell an dem Punkt angekommen Wo du sagst Liga ist egal Wir sind offiziell an dem Punkt angelangt Schön dass es funktioniert Keke Top 89 Doppelpack 1 zu hinten gelegen Keke Top 89 Lebensversicherung Mods macht ne Wette Kommen wir noch weiter Ich spiel Rückspiel selber Linus Richter 14 Vorlagen Das wird jetzt ganz 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 schwer Das wird ganz ganz schwer Digga geht Sané runter dieses Jahr Geht einfach auf ne Silber Ey aber wie hartnäckig Aoyan sich bei der 89 hält Der steht immer 11 Wochen bis zu 88 Weil der halt einfach immer noch so krass in Form ist die ganze Zeit Der ist einfach seit neun Jahren durchgängig großartig in Form Boah Die Woche der Wahrheit Mal wieder Drei Heimspiele Freiburg Drei Heimspiele in der Felddienstarena Ausverkauftes Haus Und ne schwere Aufgabe für die Königsblauen Im Hinspiel Die Freiburger aus dem Preiskau mit einer starken Leistung Haben sich ja bereits im Achtelfinale gegen die Monegassen durchgesetzt Und haben das Hinspiel mit 2 zu 0 für sich entscheiden können Und jetzt wird es sehr sehr schwer für diese Schalker Mannschaft das Ding noch umzudrehen Der FC Schalke 04 Ob da Rüdiger Rammel mit dem Gelb vorbelastet Miretti 4-4-2 Miretti und Uedraogo bilden die Doppelsechs Ein bisschen offensiver Dafür rückt Catherine Thuram zunächst auf die Auswechselbank Während wir hier nochmal die Choreo der Schalker sehen Diese Elf plus Bank sollen es heute richten Und das Stadion, es meldet sich an, es ist da, die Freiburger Heute zu Gast mit Kapitän Merlin Röhl Kevin Lehmann im Tor, Doki, Schalker Vergangenheit Im 4-4-2 und Mikau Tatze Auf den müssen wir aufpassen, Doppelpacker aus dem Hinspiel Alles ist angerichtet für 90 Minuten plus X Die Schalker gehen in dieses Spiel mit 2-0-Rückstand Es könnte einer dieser magischen Nächte in der Weltdienstarena werden Davon haben sie in den letzten Jahren hier viele gehabt Vor allem international Als man zweimal die Europa League gewinnen konnte Aber es folgt eine Ecke von Aue hier an Und die kommt auch auf Top Ungefährlich Almada mit dem zweiten Ball Aus der Distanz Almada Wieder Lehmann Almada holt den Ball Stark, Tell Mathis Tell, gute Bewegung Tell, Lehmann Und Schalke drückt auf den Anschluss Schalke bestimmt die Anfangsphase Richter Richter, super Ball auf Kekentopp Kekentopp gegen Lehmann Jetzt macht das besser Und jetzt ist Schalke Zurück In diesem Spiel 20. Minute Und das ist das frühe Tor Was Schalke hier gebraucht hat Auf dem Weg Zum Halbfinale Kekentopp die erste hat er liegen lassen Im Inspiel komplett blass geblieben Sehr unglücklich dort ausgesehen Aber dann macht es Im Stile eines Top-Torjägers Und dann fehlt nur noch eins Der Top-Torjäger Aus der Fußball-Bundesliga Kekentopp Mit dem Tor 21. Minute Und spätestens jetzt Hat ein jeder hier verstanden Dass Schalke 04 Diesen Wettbewerb nicht abschreibt Ja und Schalke ist komplett da Viele Zweikämpfe die sie jetzt gewinnen Uedra Rogo Aoyan Schalke rennt an Aoyan Platz in alle Richtungen Kann es aus der Distanz Aber nicht mit dem rechten Und da brennt es das erste Mal Im Schalker Strafraum Aber jetzt geht es schon wieder In die andere Richtung Tell Langer Ball auf Kekentopp Und der ist überragend Kekentopp kann er den verarbeiten Top Und das 2 zu 0 Und es ist nicht mal die erste Halbzeit vorbei Und Schalke stellt Auf 0-0 Kekentopp Überragender Ball Von Matissell Und Schalke 0-4 Schalke Almada nochmal aus der Distanz 1-1 Patriciani verpasst Wimmer gegen Aoyan Wimmer Wimmer Klasse gemacht Wimmer Super gemacht Und es ist nicht mal die erste Mal die erste Mal Und es ist brutal gespielt Miretti nimmt Aoyan mit Der bringt den Kekentopp Der bringt ihn zu Es ist 4 Uhr Der 4er-Pack An alle Hater Uedraogo Schalke jetzt natürlich Mit ganz viel Platz Uedraogo Kann eine Runde spazieren gehen Käfen Thüram Thüram Brian Lassme Gegen den müden Kapitän Gegen Merlin Röhl Und Lassme Der hat noch im Tank Lassme Wartet auf Top Da ist er Aus der Drehung 6er-Pack Kekentopp 7-1 Schalke Und das sind Die Brian Lassme Kommt da Wie wir sie seit Jahren Unter Rüdiger Rammel kennen Und Kekentopp Schreibt Fußballgeschichte Der erste 6er-Pack In einem europäischen Wettbewerb In der K.O. Runde Kekentopp Es ist eine Wahnsinnsgeschichte Bei Schalke ausgebildet Nach England Zum Arsenal Football Club gegangen Zwei Champions League Titel Und eine englische Meisterschaft geholt Zurück zu den Schalkern gekehrt Und heute mit einer Überragend reicht gar nicht Mit einer Weltklasseleistung Und einer hat noch Bock Und der heißt Keketopp Rett nochmal an Lehmann Der hat schon Angst Wenn der Keketopp da auf ihn zurennt Aber das Spiel ist vorbei Schalke steht Hochverdient im Halbfinale Nach einem Sechser-Pack Von Keketopp Es war mit Abstand Das beste Spiel In der gesamten Karriere Mit Abstand Das beste Spiel In der gesamten Karriere Auf Ultimativ Haben wir die auseinandergepflückt Holy Shit Haben wir die auseinandergenommen Mit Abstand Heilige Scheiße Top Spieler Bringt auch Top Ergebnisse Verstehst du? Wegen Keketopp Wir denken von Spiel zu Spiel Kleine Brühe Also wir können jetzt hier noch ganz krass Ins Meisterschaftsrennen eingreifen Bin ganz offen und ehrlich Darf es natürlich der Presse nicht sagen Aber mir ist die Meisterschaft Krass scheiße egal Mir ist die Meisterschaft richtig egal Ähm Deshalb mach einfach Lebt einfach euer Leben Jungs Hab einfach ein bisschen Spaß Danach Pokal gegen Köln Ist tatsächlich wichtiger Weil da wollen wir ins Finale Ich nehm aber auch ein gutes Spiel Gegen Leverkusen Hat er den dreckig reingelupft oder was? Alter Kann man mal machen Den kann man da mal so drüber lupfen Der Mann ist in Form Aber mit so einem 6er Pack im Rücken Spielt es sich auch leichter Oh oh Ja Modus Und da wird es schnell wieder ein bisschen ruhiger Trimpong glattrot Leverkusen LOL Und Mathis Tell Dicker wie Big Glattrot und Direktor Wie geil Hä wie geil Nein 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 Ah das ist dumm gegen 10 Das ist dumm gegen 10 Das ist sehr dumm Das fehlt uns halt in der Saison So ein bisschen die Reife einfach In den entscheidenden Spielen Einfach den Sack zuzumachen Oder souverän runterzuspielen Ja, schade An sich nehme ich ein 2-2 gegen Leverkusen Aber gegen 10 ist bitter Da hätten wir nochmal einen richtig dicken Sprung Auf die machen können Ich möchte ins DFB-Pokalfinale Das ist der Wettbewerb, den wir nicht gewonnen haben Euroleague spielen wir gegen Marseille Ich habe es nicht gesehen Das ist auch ein hartes Rave Der Pokal war bis jetzt immer unser Kryptonit Boah Digga, Bastoni rettet auf der Linie Und Simon Und Simon Und Latte Köln spielt deutlich besser gerade Aber wir haben fucking Keketop Aber wir haben fucking Keketop Wir haben fucking Keketop Let's fucking go Und fast ist 2-0 durch Time Yes Almada 2-0 Es riecht alles nach Finale Es riecht alles nach Finale Jetzt den kühlen Kopf bewahren Jungs Den kühlen Kopf bewahren Und es einfach runterspielen Und es einfach runterspielen Jawohl Digga, Augsburg, Paderborn, Leverkusen, Hoffenheim Werden die noch geschmissen? Aue Oh, läuft bei denen Euroleague Wir gegen Marseille Tendenziell Finale Alkmaar oder Leeds So Liga ist egal Scheiß auf die Bundesliga Ist mir alles egal Ja, dreckiges 0-0 gegen Freiburg Ist mir alles egal Wir haben die in der Euroleague rausgekegelt Ist alles gut Liga ist offiziell ad acta gelegt Das sind jetzt die entscheidenden Spiele Das Rückspiel ist in Marseille Und das ist ein richtiger Hexenkessel Dortmund hat auch verloren gegen Hoffenheim Damit sollte Platz 3 eigentlich relativ safe sein Oh, Meisterschaftskampf wird nochmal spannend Weil Bayern gestolpert ist 1-1 gegen Leipzig Und 0-0 in Gladbach Bayern stolpert Jetzt bin ich schon wieder Trainer des Monats Digga Dreimal Trainer des Monats in der Rückrunde Wir haben eine brutale Truppe Und ich glaube an die Truppe Ich glaube an euch Männer Sepp Vandenberg spielt bei denen Es könnte Mit zwei Finals Ein absolutes, überragendes Ende dieser Wilden Saison werden Aber wir müssen ganz viel dafür arbeiten Kicker Simon Digga Dankeschön Keine Kontomöglichkeit Marseille drückt Vielleicht jetzt Vielleicht jetzt Vielleicht jetzt Almada Das ist überragend gespielt Das ist überragend gespielt Dinos Richter Oh Das ist so big Das ist so big Kicker Ja Ruhig 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 Chill 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 Wir haben noch ein Rückspiel zu spielen Und wir haben hier noch 18 Minuten plus Wir nehmen Marseille komplett auseinander Kicker 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 machen Viertes Machen Viertes Machen Viertes Linus läuft auch mit Linus läuft auch mit Nein Warum gehe ich rein Ich bin so scheiße Ich bin so scheiße Wie kann man so scheiße sein wie ich Ich frags mich immer wieder Ich frags mich immer wieder Warum gehe ich da rein Warum gehe ich da rein Warum gehe ich da rein Ich wollte Kicker Hedtrick machen Naja eigentlich wollte ich rüberlegen Ey aber wir sind Wir sind Egal Egal 3-0 Hinspiel Lass das nur nicht so ein Dembélé gegen Liverpool Ding sein Ihr wisst glaube ich alle was ich mein Ihr wisst glaube ich alle was ich mein Bundesliga juckt keine Sau Juckt mich nicht was hier abgeht Ist mir scheißegal Ja ne ist doch cool Almada Richter Hausaufgaben gemacht Da wirds interessant Digga Wer hätte das gedacht Dass wir Vielleicht Vielleicht Ich nehm's noch nicht in den Mund Vielleicht In zwei Finals stehen am Ende dieser Saison Bayern und Leverkusen geben sich bis zum letzten Spieltag Bayern spielt gegen Mainz Leverkusen gegen Hertha Letzten Spieltag Ne das ist der letzte Spieltag Davor Leverkusen in Gladbach Bayern in Union Berlin Also derjenige der Meister wird Wird sehr wahrscheinlich zu Hause Ich vertraue dieser Mannschaft Jetzt ist Thüram gesperrt Egal Dann kann er hoffentlich Hoffentlich Wenn wir so weit kommen im Finale spielen Einfach Hausaufgaben jetzt machen Es wäre so eine So ein versöhnlicher Abschied Für Rüdiger Rammel In zwei Finals Es wäre so ein schöner Abschied McKennie stark Wir sind im Finale Mathestel Wir stehen im Europa League Finale Wir stehen im Europa League Finale Ich hab's jetzt Ich hab's jetzt gesagt Und jetzt will ich beide Titel Und jetzt lege ich die Eier auf den Tisch Und sag Wir verabschieden uns mit zwei Titeln In Marseille kippt die Stimmung komplett Als wären Pyrus aufs Feld geworfen Aue Jan und Jalla 0-2 Keketop Aue Jan und Jalla Wir holen beide Titel Wir werden EuroLeague Sieger Und wir gewinnen den scheiß DFB Pokal Digga Aue Jan und Jalla Sogar im EuroLeague Halbfinale Kennt er nix Boah, spielen wir's gut gerade Holy Shit Holy Shit Ja, wir stehen Aber mal sowas von im Finale Leck mich am Arsch Ist das eine Deklassierung In einem Halbfinale Die werden ja komplett demontiert Marseille Fans gehen schon nach Hause Holy Shit, Alter Also Ich weiß nicht, was mit der Mannschaft In der Rückrunde passiert ist Aber es ist auf jeden Fall krass Es ist auf jeden Fall krass Was in der Rückrunde passiert ist Also dieser Mathis Tell Dieser Mathis Tell Transfer Hat auf jeden Fall echt einiges gedreht Das war ein absoluter MVP Transfer Mathis Tell mit einem Headtrick Junge, ist das ekelhaft Ist das Das tut mir ja schon fast leid Digga Marseille steht in einem Europa League Halbfinale Und die werden 8-0 über den Acker gezogen In Addition 0-5 zu Hause Boah, ist das ekelhaft Was wir mit denen anstellen Digga Also ich würde sagen So kann man mal ins Euroleague Finale kommen, oder? Kann man mal machen, oder? Gegen Leeds United Beide Halbfinals zu 0 Ach, Matriciani Halt die Fresse Das ist alles gut Machen wir keine Sorgen Wir gehen hier mit zwei Titeln raus So, Bochum ist ein bisschen unser Kryptonit Aber auch die Liga ist geschissen Die Liga ist egal 1-0 Linus Richter Dreckig nochmal das kleine Revierderby gewonnen Auf ganz entspannt Haben wir schon den deutschen Meister? Nein Bayern München Und Jon ist 17er Die waren 18er vor dem Spiel Aua 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 Letzter Spieltag in der Bundesliga Für uns ist Show laufen Für uns ist nur noch ein bisschen Show laufen Und genau deshalb Lass ich nochmal einen Ralle spielen Ralle Leroy Schallenberg Juan Larios Da dürfen nochmal ein paar Legenden der Karriere ran Komm, ich lass beide Sané Brüder zocken Und Manuel Neuer Er wollte sein Leben lang mal im Mittelfeld spielen Du darfst heute Digga, jetzt würd ich's mir aber auch angucken Jetzt würd ich's mir aber auch angucken Was die Truppe da fabriziert Jetzt würd ich's mir angucken Was die da machen Neuer im Zentrum Da ist er am Ball Guter Pass Neuer Der Disrespect Neuer am Ball Gut Digga, Neuer macht's echt gut im Zentrum Fährmann Ralle Ralle Aber abseits Ja gut Soll sie machen Soll sie machen Schade Ralle Aber gut gesprungen Gut gesprungen Ralle Gut gesprungen Schade Schade Ralle Schade Schade Weitermachen Weitermachen Da ist er Boah Gutes Ding Manu Geh mal ein bisschen mit dem Ball Stark Neuer Oh Neuer Super ins Spiel Eingebunden Super Ball Manu Nein Ich hab fast nur mit Neuer gemacht Vorbei Schade Chat Klepp Klepp Schön die Saison beendet Die Legenden nochmal spielen gelassen Und Manu Neuer auf dem Feld Wirklich klasse Aktionen dabei gehabt Hat nichts gegen Bayern spielt unentschieden Leverkusen ist Meister Leverkusen ist Meister Guckt's euch an Olmo Spieler der Saison Olmo gewinnt auf die Torjägerkanone Team der Saison Auean ist auf jeden Fall drin Wer sonst Wer ist noch im Team of the Season Auean und Meier von uns nur dieses Jahr Dabei ist auch in Ordnung Olmo ein Tor mehr gemacht als Top Das ist natürlich bitter Almada hat 12 genetzt Vorlagen Richter 14 Almada 10 Top 8 Schon frech Das Top keinen Totz hat Mit 32 Scorern So Erstmal DFB Pokalfinale Mots macht ne Wette Gewinnen wir beide Titel Ja nein Ey boss Aktuell wird viel über meine Position geredet Manuel Neuer Ey ich bin zufrieden so mit dir Machst du's gut Neuer Auf allen Positionen wo ich dich einwechsel Bist du super Ausverkauftes Haus Im Berliner Olympiastadion Rüdiger Rammel In seinem 9. und letzten Amtsjahr Beim FC Schalke 04 In seinem 4. Versuch Diesen Pott endlich mit nach Hause zu nehmen Er fehlt noch In der Vita Des Star Trainers Aber die Gäste aus Dem Süden Deutschlands Sind der FC Augsburg Die unter anderem überraschend den Bundesligameister Bayer 04 Leverkusen aus dem Turnier geschmissen haben Diese beiden Mannschaften Spielen heute gegeneinander Einer von beiden Wird sich am Ende DFB Pokalsieger nennen dürfen Die Schalker starten In ihrem gewohnten 4-4-2 Rüdiger Rammel Vertraut Auf seine eingespielte Elf Manuel Neuer Der zuletzt als Mittelfeldspieler In der Bundesliga Zum Einsatz kam Heute nur Auf der Tribüne Thüram und Miretti Bindeszentrum Und natürlich die gefährlichen Kicker-Top Und Mathis zählt zusammen Vor dem Sturm Die Augsburger Mit Facundo Farias Dem quirligen und gefährlichen Stürmer An dem auch Rüdiger Rammel Lange Zeit Interessiert war Ebenfalls im 4-4-2 Wir freuen uns Auf ein Hoffentlich gutes Fußballspiel Auf ein hoffentlich Packendes Finale Das Spiel ist angestoßen Schalke beginnt Miretti Starker Einsatz Holt den Ball In der gegnerischen Hälfte Almada Nicht vorbei Schalke startet gut In dieses Finale Linus Richter Mit ganz viel Platz Der junge Deutsche Richter Immer noch Richter Und Almada Im zweiten Versuch Mit dem Volley Schalke drückt Meier Schalke Wach in den Zweikämpfen Man kommt noch nicht Zu den Kontermöglichkeiten Das war Augsburg Oh das ist überall angespielt Aris Über links Oh da rutscht Miretti vorbei Aber der Schalker Defensiv verbunden Passt auf Super Ball auf Almada Almada in den Rückraum Und dann ist es Miretti und Schalke Führung geführt Im DfB Pokalfinale Und jetzt Ruhe bewahren Denn sie haben schon mal in dem Pokalfinale geführt Schon mehrmals Aber den Pott konnten sie noch nie mit nach Hause nehmen Aber jetzt Miretti mit dem 1 zu 0 und Schalke mit dem 1 zu 0 und Schalke mit dem ersten Virginie im Pokalfinale Winter Neuzugang Miretti Miretti Mit einem Wahnsinnsstart hier im DfB Pokalfinale 37. Kick und Top verliert den Ball Almada ist wach Und dann sind es die beiden Winter Neuzugänge Erst Miretti Und dann Matisse Und Duramke wird den nächsten Zweikampf direkt Schalke hier mit einer richtig guten Vorstellung Im Pokalfinale Richter Der wird gar nicht angegriffen Linus Richter Was hat der viel Platz Und das soll es dann wohl gewesen sein Augsburger Auflösungserscheinungen Und das kannst du nicht machen im DfB Pokalfinale Also Linus Richter 10 Meter Platz in alle Richtungen Der kann hier noch tricksen im Strafraum Und dann ist es tatsächlich leider Ein bisschen der erwartete Klassenunterschied In diesem Pokalfinale Die Ausgangslage Augsburg mit Außenseiterchancen Schalke vor allem in den letzten Wochen Die deutlich, deutlich bessere Mannschaft Und jetzt macht Augsburg hinten auf Und da fällt alles auseinander Keke Top Und 4-0 Und ein überragender Treffer von Keke Top 4-0 Keke Top Das ist ein deutliches Pokalfinale Rüdiger Rammel wird sich wohl Donner und den DfB Pokal in die Vitrine stellen Nach 2011 Der erste Pokalfinale Der erste Erfolg Fragezeichen Richter Tell Top Das ist überragend gespielt und es ist das 5-0 für Schalke Das 5-0 Schalke macht da weiter Wo sie in der Europa League aufgehört haben Da gab es ein 5-0 auswärts bei Olympique Marseille Ist mit einem 8-0 in Addition ins Finale spaziert Wo man jetzt auf Leeds United treffen wird Augsburg wirkt hier Völlig überfordert Und eine halbe Stunde Vor Schlusspfiff Ist das Spiel lange, lange, lange entschieden Lasme Usun Und das 6-0 Und es ist Jetzt mittlerweile Schon ein bisschen peinlich Brian Lasme auf John Usun Und Augsburg Wird im Pokalfinale deklassiert Muss jetzt noch 10 Minuten durchhalten Für Schalke Ist es der Höchste Final Sieg aller Zeiten Wenn es dabei bleibt Logischerweise noch ein Tor mehr Als 2011 gegen Duisburg Und dann ist das Spiel vorbei Der FC Schalke 04 Hat den Bann gebrochen Und ist DFB-Pokalsieger 6-0 Eine Machtdemonstration Von Keke, Top und Co Und man hört Rüdiger Rammel Sprechchöre Von den Rängen Er verabschiedet sich Zumindest Mit einem Titel Und vielleicht wird es noch ein zweiter Das wäre dann Das dritte Mal Die UEFA Europa League Matricciani geht voran Der Kapitän Und im vierten Anlauf Schafft es Rüdiger Rammel Endlich Diesen goldenen Pokal Hochzuheben In die Vitrine zu stellen Henning Matricciani Macht es amtlich Der FC Schalke 04 Ist DFB-Pokalsieger 2031 Chat, wir haben es gepackt Wir haben es endlich gepackt Wir haben es endlich gepackt Finally, Alter Wir haben neun Jahre dafür gebraucht Statt viermal im Finale Nach neun Jahren Nach neun Für Augsburg ist er auch ein kompletter Trümmer Was sind die in der Liga geworden? Digger Pokalfinale Und absteigen In einer Tour Das Ist scheiße Das ist ein richtig Beschissenes Wochenende An einem Wochenende Absteigen Und das Pokalfinale 6 zu 0 verlieren Jetzt weiß ich auch Warum die so kacke waren Ich schäme mich hier schon Komplett durchzuziehen Auf ultimativ Ich denke mir Hier ist irgendein Bug oder so Ne, die sind einfach so kacke Aber frag mich mal Wie die gegen Leverkusen Im Altfinale geworden haben Da sitzt er Rammel und Kecke zusammen Mit dem Pokal Ist das geil Spieler des Turniers bekannt gegeben Lindenmeiner von Köln Achso, ja weiß Bescheid Ja weiß Bescheid Wir können uns Mit nem Quadrupel verabschieden Mit nem Quadrupel können wir uns verabschieden Chat Mit vier Titeln Wenn wir jetzt Für mich endet nach diesem Spiel Eine Ehre Und es liegt an euch Wie ihr das zu Ende führt Digga, die haben Trent Alexander-Arnold What the fuck, Digga Die haben Trent Alexander-Arnold Werder geht rein Ebram und Sanchez Peace, Juan Und macht Es zum dritten Mal Wir könnten Deutsche Sevilla werden Deutsche Sevilla Europa League Finale Halbfinale haben wir komplett auseinandergenommen Finale ist sogar im Sevilla-Stadion Ey, Wahnsinn Keke Mach mich Spiel doch rüber, du Fischkopf Spiel doch einfach rüber Lass mich nicht im letzten Spiel hängen, Keke Oh, das ist ein schwieriges Finale Das ist ein richtiges 50-50-Game Halbzeit Ich bin aber nicht unzufrieden Ich bin nicht unzufrieden Und Keke top Er ist mein Schützling Ich hab ihn groß gemacht Er ist quasi mein Sohn Er ist mein Sohn Müsst ihr euch vorstellen Mein Sohn Und mach mich bitte jetzt zum Euroleague-Sieger Mein Sohn Mein Sohn Kike top Mein Sohn Es ist zu kitschig Es ist zu kitschig Es ist wunderschön Es ist wunderschön Ich kann diese Mannschaft gar nicht verlassen 6-0 in dem einen Pokalfinale 3-0 im anderen Es ist ja brutal Es ist ja komplett brutal Und jetzt bringe ich nochmal Brian Lassme Jetzt kommen nochmal alle Legenden rein Ist das der Wahnsinn Was hat diese Mannschaft in der Rückrunde alles gemacht? Lass mich nochmal zum Abschluss Die letzten 5 Minuten Die legendäre Zeit von Rüdiger Rammel auf Schalke findet ein harmonisches Ende All die Krisen die wir zusammen überwunden haben All die kleinen Streitereien Kike top Oh nochmal Miep Miep Brian Lassme Oh shit Im Abseits Wäre so schön gewesen Oh es wäre so schön gewesen Das stand im Abseits Kike Auf Miep Miep Brian Lassme Lassme Kike Und das Spiel ist vorbei Und Schalke gewinnt die Europa League Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Wir haben 4 Titel geholt in dieser Saison Die Ära Rüdiger Rammel ist offiziell vorbei Und endet wie sie begonnen hat Mit einer Kike top Masterclass Sind das schöne Bilder zum Abschluss Schalke gewinnt die Europa League in Sevilla Beim Europa League Endgegner Fazit Unter Rüdiger Rammel 3 Europa League Siege Einen Pokalsieg Einen Wiederaufstieg Ziemlich interessante Sachen in der Champions League Aber darüber reden wir nicht Denn Henning Matriciani Macht es genau jetzt an sich Schalke 04 Gewinnt zum dritten Mal die UEFA Europa League In 9 Jahren Unter Rüdiger Rammel Rammel verabschiedet sich Mit 2 Titeln In der letzten Woche seiner Abendzeit Und es sind wunderschöne Szenen Es sind wunderschöne Szenen Im Nachthimmel von Sevilla Ist das schön Ist das schön Guckt euch das an Was eine legendäre Zeit geht hier zu Ende Und ein letztes Mal trete ich vor die Interviews Vor die Kameras Ein allerletztes Mal Gibt Rüdiger Rammel ein Interview als Schalke 04 Trainer Ein letztes Mal sage ich Sprich Deutsch Wir sind ein tolles Team Wahnsinn Dieser Kader hat Teamgeist ohne Ende Keke Top Meine letzte Frage Die ich in dieser Karriere beantworte Beantworte ich mit grandiosem Auftritt von Top Ist das schön Ist das schön Schalke holt das Double Leipzig gewinnt die Conference League Sieht ganz schön gammelig aus gegen so eine Euro League Oder? Wenn da so ein Keke steht Mit dem Euro League Pot Ganz schön kacke glaube ich Keke Top Spieler des Turniers Klar Keke Top Spieler der Saison in der Euro League Und damit Tritt Rammel offiziell zurück Als Tabellendritter in der Liga Als DFB Pokalsieger Als Europa League Sieger Die Champions League Geht nach Manchester Manchester City gewinnt die Champions League Ein letztes Mal gucken wir uns diese Mördertruppe an Was für Legenden Zum Abschluss Bastoni auf 90 Karl Mayer Absolute Karrierelegende auf 90 Wir haben Henning Matriciani fast zu einem Walkout gemacht Aoyan auf 89 gehalten Mit 34 Jahren Linus Richter 91 Keke Top Mathis Tell Hier sind noch Legenden von ganz am Anfang dabei Brian Lassme Neun volle Saisons mit uns durchgezogen Asanoedra Ogo Eines der größten What-ifs In dieser Karriere Wäre der nicht so häufig verletzt gewesen Hätte er sich nicht so häufig sein Scheiß C gebrochen Schallenberg sei Tag 1 dabei Fährmann sei Tag 1 dabei Neue ab der dritten Saison Larios ewig lange dabei Leroy Sané Was ne geile Truppe alter Was eine Legendentruppe Keke Top 216 Millionen wert Richter 151 Karl Mayer 149 Keke Top In 55 Spielen für uns 67 Scorer Digga der Mann hat in der Europa League 9 Tore 9 Spiele 16 Tore 4 Vorlagen Almada 21 Scorer in der Liga Tell kam in der Rückrunde 14 Scorer in der Liga In der Euro League 12 in 8 Richter 21 Scorer in der Liga Meretti 11 Matricciani 2 Bundesliga Tore Ich bin so stolz auf den Aue Jan 5 Vorlagen in der Liga Ist doch klar Ist doch alles klar Ich will eine Sache sehen Ich will eine Sache sehen Muss ich noch ein paar Tage für vormachen Ich hatte ein bisschen darauf gehofft Dass ich vielleicht Matricciani noch zum Walkout bekomme Was hat ganz knapp nicht geschafft Der Aue Jan 34 Bei dem Mann ist leider jetzt auch langsam vorbei Digga Karl Mayer die Legende Matricciani 8 Wochen Der neue Trainer Der übernimmt Kriegt ein Matricciani Walkout Boah was eine Truppe Alter Was eine Legendentruppe Linus Richter Haben wir zu einem der besten Flügelspieler der Welt gemacht Wahnsinn Almada Der Mann mittlerweile auch 86 Roel Mayer Tell so ein krasser Transfer Keke Top sogar auf dem Weg zum 96er Rating Wir schauen ein allerletztes Mal in die anderen Ligen In der zweiten Liga steigen Bremen und St. Pauli auf Warum auch immer hier Jahr für Jahr Dortmund 2 oben mitspielt Frag mich nicht Duisburg Magdeburg gehen runter Dritte Liga Regensburg Düsseldorf steigen auf Lautern ist hier wirklich hardstuck in der dritten Liga und echt scheiße Die Premier League gewinnt Manchester United Äh Ligue 1 PSG Serie A AC Mailand Spanische Liga Real Aber sehr deutlich Girona auf der 4 Osasuna auf der 14 Die waren letztes Jahr im Champions League Finale Kannst auch gar nicht mehr erzählen Schiliger Downfall Das war's Ich verabschiede mich ein allerletztes Mal Von diesem legendären Projekt Ich sag Dankeschön an jeden Einzelnen Der die Dinger mit mir zusammen auf Twitch durchgezogen hat Ich sag Dankeschön an jeden Einzelnen Der Wer das mit mir auf YouTube durchgezogen hat Ganz viel Liebe War ein Wahnsinnsprojekt über den ganzen Sommer Kuss 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 Jeden dem ich damit ein bisschen die Abende verschönern konnte Oder auch die Mittage Essenspausen Wer die Videos auf YouTube geguckt hat Ganz viel Liebe Es war ein absolutes Herzensprojekt Es hat mega Bock gemacht Der Champions League Titel Beziehungsweise ein weit kommen in der Champions League Ist uns leider ein bisschen verwehrt geblieben Aber trotz allem ein legendäres Projekt Ganz viel Liebe Ich mach mir jetzt aus dem Staub Ich bin 10,5 Stunden live Hab morgen Show Beziehungsweise heute Ich muss in 9 Stunden in Köln sein Ja Geh mal jetzt schlafen Haut da rein War ein legendäres Projekt mit euch Kuss auf die Nächste Bis zum nächsten Mal But never Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.